Herzlich Willkommen, wir sind noch im Technik-Check, die letzten Minuten, bevor wir gleich pünktlich um 10 Uhr starten. Teilnehmer kommen jetzt nach und nach zu uns hier rein in den virtuellen Konferenzraum. Wir möchten Sie schon mal darauf hinweisen, dass wir gleich ein interaktives Tool nutzen und zwar brauchen wir dafür Ihr Smartphone, also Sie brauchen Ihr Smartphone und dort könnten Sie die Seite menti.com öffnen. M-E-N-T-I.com und dann werden Sie aufgefordert, einen Zugangscode zur heutigen Veranstaltung oder zur heutigen Interaktion, eine kleine Mitmachumfrage, dort müssen Sie dann einen Code eingeben. Den sage ich nachher aber auch nochmal. Wie gesagt, wir sind jetzt noch mitten in der heißen Phase, bevor es gleich losgeht. menti.com ist das Tool, was wir gleich nutzen werden, am besten mit dem Smartphone. Und dann können Sie ein bisschen sich an den Themen beteiligen oder wir können uns vorher eine kleine virtuelle Kennenlernrunde gemeinsam vorschalten. Und damit werden wir, glaube ich, Punkt 10 Uhr auch starten. Ja, alle, die neu dazugekommen sind, wir starten gleich mit dem Smartphone. Nehmen Sie gerne Ihr Smartphone zur Hand und suchen Sie schon mal die Seite menti.com. Alle weiteren Dinge wie den Zugangscode erhalten Sie dann gleich. Super. Ja, 10 Uhr, pünktlich geht's los. Guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum digitalen Praxistag Innentüren der Fachmagazine BM und DDS. Mein Name ist Christian Gahle. Ich bin der Chefredakteur des Fachmagazins DDS. Ich hatte gerade schon kurz gesagt, vor 10 Uhr, wir werden gleich eine kleine Interaktion machen. Dazu benötigen Sie Ihr Smartphone. Legen Sie das also nicht zu weit weg. Die Zugangsdaten erhalten Sie gleich. Ja, danke, Christian. Ein ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Erdemann. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins BM. Christian Gahle und ich, wir begleiten Sie heute und morgen gemeinsam durch die beiden Praxistage. Bevor wir loslegen, ein paar organisatorische Hinweise noch. Als Teilnehmerin beziehungsweise Teilnehmer sind Sie stumm geschaltet. Sie haben aber trotzdem die Möglichkeit, während der Vorträge Fragen zu stellen. Dazu finden Sie rechts unten in der Funktionsleiste ein Fragenfenster. Das können Sie aufklappen und einfach Ihre Frage dort eingeben. Wir werden den Referenten Ihre Fragen im Anschluss an den jeweiligen Vortrag stellen. Sie können sich auch persönlich an die Referenten wenden. Dazu blenden wir Ihnen später noch die Kontaktdaten der Referenten ein. Ein letzter Hinweis noch. Fast alle Vorträge werden aufgezeichnet. Sie haben also die Möglichkeit, sich diese später noch einmal in Ruhe anzusehen. Dazu senden wir Ihnen im Nachgang den entsprechenden Link zu. Starten wollen wir aber jetzt mit der bereits angekündigten Umfrage. Und dazu gebe ich jetzt gerne wieder an den Christian mit. Ja, vielen Dank. Wir blenden Ihnen jetzt einen QR-Code ein. Diesen QR-Code können Sie einfach mit Ihrem Handy abscannen. Mit Ihrem Smartphone. Und schon sind Sie mittendrin in der interaktiven Umfrage. Ist eine Art, ja, kleines Kennenlernspiel. Sie sehen uns. Wir sehen Sie leider nicht, sondern wir möchten trotzdem ein klein bisschen über Sie erfahren. Wenn Sie also jetzt auf menti.com mit dabei sind, entweder über die Webseite menti.com, dann den Code 40589546 eingeben. Ah, ich sehe schon da kurz und schon die Daumen und Herzen uns entgegen. Das ist wunderbar. Das heißt, die ersten Teilnehmer haben tatsächlich das Tool gestartet. Ja, das ist etwas Neues, was wir hier bei den Praxistagen eingeführt haben. Einfach auch, um ein bisschen mehr mit Ihnen in Kontakt zu treten. Auch vor den Vorträgen schon und außerhalb der Fragerunde. Wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Was trinken Sie denn gerade? Ja, wenn wir uns jetzt in einer Präsenzveranstaltung treffen würden, hätten wir wahrscheinlich kantenweise Kaffee auf dem Tisch. Ein paar Wasserflaschen dazu. Ist das auch das, was Sie jetzt auch zu Hause bevorzugen? Oder sind Sie noch beim Frühstückstisch mit Milch und Orangensaft? Das können Sie uns einfach senden. Sie können jeweils zwei Getränke auswählen. Und dann auf Absenden tippen und schon kommen die Ergebnisse hier reingefurzelt. Die Wassertrinker dominieren heute. Das ist ja interessant. Ansonsten, Kaffee und Tee passt gleich auf. Ein Kopfbrennen oder auch nichts. Ja, bis zur Mittagspause halten wir vielleicht auch so durch. Wir brauchen hier natürlich ein bisschen Wasser, um die Stimme zu ölen. Kommen wir zur nächsten Frage. Von wo aus nehmen Sie denn heute an den Praxistagen teil? Sind Sie gerade im Büro, im Homeoffice, wie der eine oder andere immer noch? Nehmen Sie aus der Werkstatt teil? Das ist ja Praxistage für die Praxis. Sind Sie gerade auf den Weg zum Kunden und kurz auf den Parkplatz gefahren und schalten Sie aus dem Auto dazu? Sind Sie bleibt im Freien im Park? Genießen das stellenweise in Deutschland sehr schöne Wetter in den letzten Tagen? Oder sind Sie schon im Urlaub und klinken Sie sich von dort aus an? Das Büro dominiert ganz klar. Gefolgt vom Homeoffice. Klar, solche Veranstaltungen können wir noch gerne aus dem Homeoffice besuchen. Werkstatt auch schön. So, und wofür interessieren Sie sich besonders? Das ist schon ein kleiner Einblick auf die Inhaltsangabe der kommenden anderthalb Tage. Wir haben drei Sessions für Sie vorbereitet. Konstruktion und Montage, Fertigung und Vertrieb, Gestaltung und Präsentation. Und Sie können jetzt ganz einfach den Hebel nach rechts schieben auf Ihrem Smartphone. Fünf ist sehr interessiert. Eins ist nicht so interessiert, je nachdem, wo Sie Ihren Tätigkeitsschwerpunkt haben. Wieder auf Absenden klicken und dann sehen Sie hier die Ergebnisse in Echtzeit. Die meisten interessieren sich für Konstruktion und Montage, Fertigung und Vertrieb, fasst gleich auf, Gestaltung und Präsentation, so im mittleren Bereich. Ja, vielen Dank. Werden wir ein bisschen berücksichtigen. Ja, welche Erwartungen haben Sie an die Praxistage? Wir haben ja schon mehrfach Praxistage gehabt in den letzten Jahren. Jetzt zum ersten Mal zum Thema Innentüren. Welche Themen interessieren Sie besonders? Wir haben jetzt wieder ein etwas anderes, Auswahlmenü. und Sie können jetzt eigentlich nur die entsprechenden Antworten geben und dann auch wieder auf Absenden klicken. Es sind ein paar mehr Antworten nötig hier jetzt. Genau, dadurch können wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, vielen Dank. 16 Teilnehmer haben jetzt mit abgestimmt. So war es bei den anderen Fragen auch. 18 sind sogar ein paar mehr dazu gekommen, wenn Sie zwischendurch gerade einsteigen. Wir sind auf menti.com. Dort den Code 40589546 eingeben und einfach mal die Seiten aktualisieren. Dann sind Sie auf der entsprechenden Folie und können jetzt noch einsteigen. Wir behalten auch die Interaktion und auch dieses Tool für die zweite Session nach der Mittagspause. Für jetzt starten wir aber rein ins Thema. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir werden nachher noch weitere Fragen für Sie vorbereiten. So, zurück zu Christian. Ja, vielen Dank, Christian. Ich gebe Ihnen jetzt, bevor es gleich wirklich richtig losgeht, noch einen ganz kurzen Überblick, was Sie heute Vormittag erwartet. Das sind die drei Vorträge unserer Partner des Vormittagsblogs, nämlich Bessay mit dem Vortrag Türfutter einfach montieren mit dem Bessay Montagesystem. Dann kommt die Firma Bartels Systembeschläge mit einem sehr spannenden Thema, Türschließer und Band, zwei an einer Tür. Und schließlich als dritter Fachvortrag die Firma Direkt-CNC-Systeme, die die Aussage trifft, Türen direkt machen. Von circa 12 bis 13 Uhr machen wir eine Mittagspause, bevor es dann mit Session 2 weitergeht. Ja, da geht's los. Wir starten mit einem sehr interessanten Impulsvortrag von Wolfgang Heer. Wolfgang Heer ist Geschäftsführer der TPO Holzsysteme GmbH und wirklich ein ausgewiesener Türen-Experte. Sein Thema heute lautet auf der Zielgeraden Brennpunkt Montage. Und das hat es wirklich in sich. Denn mit dem Einbau bzw. der Montage und der finalen Abnahme finden Aufträge ihren Abschluss. Diese letzte Phase, das kennen viele von Ihnen, die gleicht allerdings häufig einer Gratwanderung. Denn Kleinigkeiten können schnell zu einem größeren Problem werden. Um genau diese Kleinigkeiten und wie man sie vermeidet, redet sich der Vortrag von Wolfgang Heer. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen herher. Ich übergebe die virtuelle Bühne jetzt sehr herzlich an Sie. Danke schön, Herr Nerdemann, für die Einladung zu diesen Praxistagen. Und Sie, geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen zu meinem kurzen Beitrag auf der Zielgeraden Brennpunkt Montage. Für die zur Verfügung stehende Zeit habe ich eine Themen ausgewählt, die vermehrt an uns herangetragen werden oder mit denen wir als Türhersteller auch konfrontiert werden. Zunächst darf ich mal kurz vorstellen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ehrlich gesagt, ob Sie meinen Bildschirm sehen. Der Bildschirm wird übertragen, alles gut. Okay, super, alles klar, prima, danke schön. Kurze Vorstellung von meiner Seite. Ich habe Tischler und Schreiner gelernt, habe dann eine Zeit lang in der Konstruktion von Wintergärten gearbeitet, war dann maßgeblich in den Verbänden des Tischler- und Schreiner- Handwerks tätig und habe dort auch die TSH-System GmbH mitgegründet. Und seit einer Zeit bin ich im Konzern Abbonia beschäftigt und dort als Geschäftsführer im Bereich der TPO-Rollsysteme GmbH. Zu der Abbonia gehören halt einige Türhersteller, die Sie ja rechts am Bildschirm kennen können. Das sind einige wesentliche Türhersteller in Deutschland und auch in der Schweiz und auch teilweise in Polen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von verschiedenen Regeln, die zu beachten sind. Und wenn wir mit Bauprodukten zu tun haben, gibt es eine ganze Reihe, eine ganze Latte von Bereichen, die wir im Grunde abdecken müssen. Und in meinem Vortrag werde ich nur einige Sachen tangieren. In die Tiefe können wir natürlich nicht einsteigen, aber in dieser Hierarchie sozusagen sehen Sie halt die entsprechenden Regeln auf den verschiedenen Ebenen. Bevor Sie im Grunde die Zielgerade der Montage erreichen, haben Sie bereits einiges gemacht. Sie haben im Grunde sich auf den Weg gemacht, haben Ihre Kunden gefunden, Aufträge gehalten, Sie haben Aufträge geklärt, geplant, konstruiert. Sie haben im Grunde dann Material organisiert, was heute auch nicht so einfach ist teilweise, und die Fertigung begonnen und sich dann auf die Zielgerade begeben, die, sage ich mal, nicht immer unbedingt wahnsinnig kurz ist. Die Zielgerade hängt von zahlreichen Faktoren ab, die dann auch mit reinfließen. So gibt es zum Beispiel die Bautoleranten, ein nicht vor einem Meter Riss oder entsprechende Abweichungen im Ist-Soll-Vergleich. Also die Planung passt nicht zu dem, was Sie gebaut haben. Zu hohe Baufeuchte, diverse Behinderungen, Probleme aus der Konstruktion oder Ausführung oder eben auch Transportschäden. Und so ergibt sich eben dann diese Zielgerade in der quasi Profilansicht als, ja, jedenfalls Hindernislauf. Und wenn Sie dort dann stehen und zum Ziel möchten, ist es halt häufig schwieriger. Ja, insofern ist dann die Zielgerade häufig gar nicht so gerade, wie man denkt, sondern eher ein Hindernislauf. Ich habe nun einige Themen rausgesucht, zu welchen ich Ihnen wesentliche Informationen zusammengestellt habe. Insgesamt habe ich hier zehn Punkte. Es geht um die Spaltmaße, Bodenmaße, Bodenfugen und so weiter, den Einbau der Elemente. Es geht um das Türblatt, die Anlage des Türblattes oder wenn Licht durchs Türbert scheint, ausreichende Schalldämmung, Fußboden-Trennlinie. Das lichte Druckungsmaß ist eventuell zu klein oder zu klein der Öffnungswinkel der Tür. Schutz der Zarge gegen aufsteigende Feuchte, ein immer wieder auftretendes Thema. Oder auch dann so etwas ganz Banales wie Schäden durch Türstopper. Kommen wir auf die Fugen- und Spaltmaße. Die Fugen- und Spaltmaße zwischen Türblatt und Zarge führen gelegentlich zu Diskussionen. Die Fugen- und Spalte sind laut Norm insgesamt 9,5 mm maximal. Im Einzelfall 2,5 bis 6,6 mm. In der Regel ist es so, dass diese Spaltmaße bei den Fugen bei den Standardtüren gelten. Bei Funktionstüren, also Einbuchhemdetüren, Schallschutz in der Regel nicht, weil da dann entsprechende Regeln der Hersteller gelten. Diese Spaltmaße sind dann ein Problem, wenn es sich um Türen nach DIN 18101 handelt. Die Bodenluft sorgt häufig für Unschimmigkeiten. Theoretisch beträgt die Bodenluft 7 mm. Laut Norm sind es rechnerisch sogar 1 bis 9,5 mm. Üblich sind aber dann diese 5 bis 7 mm. Auch dieses Maß wird als anerkannte Regel der Technik angewandt. Bei Funktionstüren können Abweichungen bestehen. Nun gibt es Normen betreffend den Bautoleranzen. Typisch sind unter anderem Ebenheitstoleranzen, also wie krumm und schief ist ein Boden oder auch wie schief ist eine Wand. Wenn innerhalb der Türöffnung zwischen den Zargenteilen von einem Meter zum Beispiel eine Toleranz von 4 m vorhanden sein darf, das sehen Sie hier in der Folie, 4 m sind im Grunde das, was als höchstem Maß gilt, dann kann das rechnerische Maß oder das tatsächliche Maß im Grunde bei 11 mm liegen. Wenn wir 7 mm Bodenluft haben plus 4 mm, dann hätten wir im Grunde 11 mm. Ist die Unebenheit größer, dann sind Bedenken anzumelden. Das heißt, die Montage ist quasi einzustellen oder es muss im Grunde geklärt werden, wie es gemacht werden soll. Hier sehen Sie mal so einen typischen Bodenspalt. Die Bodenluft beträgt 10 mm. Rechts ist zu sehen, dass die Zarge auch offensichtlich höher gesetzt worden ist. Ein Mangel ist im Prinzip hier vorhanden, weil das eben halt eine industriemäßige Tür war, eine Tür nach 18101 und hier dann entsprechend das Spaltmaß unten zu groß ist. Wenn der Bau schief und krumm ist, sollten Sie im Vorfeld geklärt haben, wie die Türen gesetzt werden. Sie kennen möglicherweise im Altbau solche Situationen, wo letztendlich ein unebener Boden vorhanden ist, kein Meter ist vorhanden und dergleichen. Da stellt sich immer die Frage, wie letztendlich sollen die Türen montiert werden, auf welche Höhenlage legt man das Ganze, wie organisiert man das und das sind Dinge, die man im Vorfeld klären sollte. Immer wieder ein Thema, die Fuge zwischen Bekleidung und Wand, zwischen Falzbekleidung und Zierbekleidung, ist die Tür lotrecht eingebaut und davon müssen wir ausgehen. Und die Wand ist schief, muss die Bauherrschaft mit einer bestimmten Fuge leben oder eben gegen Kostenerstattung verschließen lassen. Bei Türöffnungen bis drei Meter Höhe darf die Wand acht Millimeter aus dem Lot sein. Bezogen auf die übliche Türhöhe hat sich in der Fachwelt ein Maß von etwa sieben Millimeter etabliert. Bei Funktionstüren sind gegebenenfalls weitere Angaben des Türstellers zu berücksichtigen. Hier mal bildlich dargestellt, das rechte Bild, da sehen Sie eben halt ein Maß von kleiner, sieben Millimeter. Das wäre im Grunde in Ordnung. Und wenn das Maß dann größer ist als sieben Millimeter, wären Bedenken anzumelden und den Kunden zu klären, wie das Verfahren wird. Bei Funktionstüren sind gegebenenfalls weitere Angaben des Türherrschafts immer zu berücksichtigen, weil das abhängig ist davon, dass er in seinen Einbauvorschriften Angaben macht, dann ist es so, die Lotrechte und waagerechte Montage der Tür ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Da gibt es so ganz wenig Informationen zu im Grunde. Letztendlich darf eine Tür 1,5 Millimeter aus dem Lot sein pro Meter, maximal als drei Meter. Das ist eigentlich auch eine Anforderung, eine Regel der Technik, die bei Schallschutztüren, bei Brandschutztüren, Rauchschutztüren und dergleichen bei üblichen Türen gegebenenfalls nicht greift. Da gilt dann im Grunde die Vorgabe der jeweiligen Türhersteller. Ein Thema ist auch oft, das Türblatt liegt nicht an. Es wird dann beschwert, dass das irgendwo nicht korrekt montiert wäre und dergleichen. Allerdings ist es so, dass bei Zimmertüren das Nichtanliegen der Dichtung kein Mangel ist. Bei Funktionstüren hingegen schon. Bei Funktionstüren müssen Dichtungen an den Türblatt anliegen, weil sonst die Dichtungsfunktion nicht gegeben ist. Bei Innentüren, bei normalen Wohnraumtüren, Zimmertüren ist kein Mangel, dass sich um Dämpfungsprofile handelt, die quasi den Schall minimieren soll, wenn die Tür zugeht. Die Schließgeräusche sollen geschlossen werden. Die Tür leuchtet. Solche Bildchen kennen Sie vielleicht. Wir hatten einen Fall bei einem Kunden, der nachts nicht schlafen konnte, weil eben halt durch die Tür bestimmtes Licht hindurch schien. Wir haben das dann geklärt soweit. Letztendlich ist es so, dass das Lichtdurchschein kein Mangel ist. Das Problem ist eben halt, dass bei transparenten Dichtungen oder weißen Dichtungen so etwas passieren kann. Das Bild rechts habe ich selbst aufgenommen in einem Hotel. Da war es definitiv so hell, nur ein wenig getunt durch Photoshop und so weiter. Aber das war dann einfach so. Die Tür war dicht, aber sie leuchtet trotzdem durch das transparente Dichtungsprofil. Also insgesamt ist es kein Mangel, wenn Licht durchscheint. Grundsätzlich bei Innentüren so und so gar nicht, weil die Dichtprofile keine Dichtprofile sind, sondern Dämpfungsprofile. Und insofern kein Mangel, gibt es also keine Regel der Technik, die das im Grunde in Ihrem Wohnen beschreibt. Verzug von Türen habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Da verweise ich auf Schriften der Firmen wie EFT Rosenheim, dergleichen. Was eigentlich so häufig der Fall ist, dass die Schalldämmung im Grunde nicht als ausreichend angesehen wird. Hängt damit den Verzug auch zusammen. Auch das nicht anliegende Türen hängt mit dem Verzug zusammen. Hier gilt grundsätzlich bei Schalldämmung ist nichts vereinbart, muss auch kein Schallschutz geliefert werden. Bei Funktionstüren, wie zum Beispiel Wohnungseingangstüren oder bei Türen, in denen Anforderungen normativ gestellt sind, bei Krankenhäusern oder auch bei Schulräumen und so weiter, da ist das anders. Da gilt im Prinzip dann entsprechender Schallschutz. Bei Funktionstüren mangelt es häufig an fehlenden harten Schwellen. Oder die Bodendichtung wird nicht korrekt eingestellt, auf das Zagenfalzmaß nicht korrekt gekürzt. Sie sehen das hier in dem Bildchen dargestellt. Wenn die Bodendichtung quasi zu kurz ist, dann ist die Schalldämmung in der Regel auch nicht gegeben. Weitere Gründe für eine nicht ausreichende Schalldämmung sind vielfältig. Wir haben hier mal so einige Punkte genannt. Es geht darum, dass die umgebenden Bände teilweise den Schall nicht erfüllen, die Trennfugen nicht vorhanden sind oder das Nichtbeachten der Einbauvorschriften der Hersteller wird übersehen. Letztendlich kann es auch sein, dass das Türelement insgesamt die Anforderungen nicht erfüllt oder halt im Grunde eine falsche Einstellung oder nicht korrekte Einstellung der gesamten Tür vorhanden ist. Auch das habe ich schon gesehen. Das ist hier eine Rauchschutztür gewesen mit Schallschutzanforderungen und die Bodendichtung fehlte bzw. löste möglicherweise gar nicht richtig aus. In dem Fall war sie vorhanden, aber löste nicht korrekt aus. Ja, ein kleiner Überblick, wo denn so der Schall durchgeht, zeigt diese kleine Skizze. Ich kann Ihnen nochmal einen kleinen Hinweis geben, an welchen Punkten es möglicherweise im Schallbereich Probleme geben kann. Die Fußbodentrennlinie ist nicht immer durch das Türblatt abgedeckt. Wenn das der Fall sein sollte, dass also die Fußbodentrennlinie zu sehen ist, liegt das meistens bereits schon im Planungsfehler. Das heißt, ein Planer hat sich nicht ausreichend beschäftigt, welche Trennlinie wohin gehört. Das führt gelegentlich zu Problemen. Ja, Sie sehen das jetzt mal zum Beispiel hier. Je nach Türkonstruktion ist dann logischerweise die Trennlinie anders zu legen, wenn die Trennlinie durch das Türblatt abgedeckt werden soll. Das ist also eine Sache, die halt mit dem Kunden geklärt werden muss. Am Bau gegebenenfalls Bedenken anmelden, wenn dann im Grunde die Trennlinie nicht eingehalten werden kann. Das Lichte-Dukas-Maß ist für die Montage dann ein Thema, wenn das Lichte-Dukas-Maß bauseitsbedingt nicht eingehalten werden kann. Ansonsten ist es oft ein Planungsfehler, ein Konstruktionsfehler der Tür. Die Lichten-Dukas-Maße betragen bei barrierefreien Türen in der Regel 80 bis 90 Zentimeter. Bei Türen im Verlauf von Fluchtwegen sind es halt dann 80 bis 90 Meter oder noch mehr, je nach Anzahl der jeweiligen Personen. Üblicherweise montagebedingt sind solche Probleme vorhanden. Das heißt, wir haben im Grunde eine Tür, die nicht ausreichend zu öffnen ist. Bedenken sind anzumelden, wenn dies beim Aufmaß nicht erkennbar ist. Sie sehen doch mal rechts in dem Bildchen die Maßregeln sozusagen beim Ermitteln des Lichten-Dukas-Maßes. Letztendlich wird alles abgezogen, mehr oder weniger, was den Durchgang behindert. Dann geht es um die Öffnungswinkel von Türen. Ja, das hängt oftmals mit den vorhergehenden Polien zusammen. Das heißt, wenn die Tür nicht komplett offen geht, ist auch der Öffnungswinkel nicht auf 90 Grad gegebenenfalls oder größer. Bei Funktionstüren ist es so, dass der Winkel abhängig ist. Davon handelt es sich um eine Tür im Fluchtweg. Dann wird man da um die 90 Grad sicherlich nicht drum herum kommen. Im normalen Zimmertürbereich, Wohnungstürbereich sind die 90 Grad nicht zwingend vorgeschrieben. Die Fachwelt schreibt von 75 Grad bis etwa 90 Grad, je nach Türbreite. Bei Wohnungseingangstüren sollte aber die 90 Grad eingehalten sein. Ein Dauerthema ist das Abdichten der Zarge gegen aufsteigende Feuchte. Wir haben immer wieder Probleme, dass bestimmte Dinge dann auftreten. Sie sehen das hier an dem Bildchen. Die Zarge quillt etwas auf. Letztendlich ist es so, dass dieses Abdichten in der Norm, in der 68, 706 beschrieben ist. Dort, wo feucht gepflegt werden kann, muss man im Grunde die Zarge abdichten. Das Abdichten selber kann dann nach diversen Methoden erfolgen. Hier sehen Sie im Prinzip zwei Bildchen, wo es nicht funktioniert hat. Links das Bild, da sehen Sie auch, dass im Prinzip die Zarge offensichtlich nicht richtig befestigt war. Sie hat sich verschoben und unten halt dann diese komische Silikonfuge auf dem schönen Parkett. Und rechts daneben auch ein schöner Parkett, aber ein misslungener Versuch, irgendwas abzudichten. Letztendlich ist es so, dass Sie auch in den Informationsschriften des IFT Rosenheim, den IFZ-Broschüren, entsprechende Hinweise finden, wie es zu machen ist. Ich habe das nochmal kurz skizziert, diese typischen Dreiecksfugen, die man so findet, funktionieren technisch nicht. Es muss eine Fuge sein, die zwei Flankenhaftung hat. Oder aber, Sie können natürlich auch die Zargenunterkante anderweitig abdichten, das feuchtig aufsteigen kann, zum Beispiel durch Lackieren oder andere Beschichtungsarten. Ein weiterer Punkt, und dann bin ich auch schon fast am Ende. Wir haben immer wieder Thema, dass die Türstopper an der falschen Stelle montiert werden. Sie sehen das hier an den Skizzen kurz dargestellt. Wenn ein Türstopper relativ nah am Band montiert ist, dann haben wir erhebliche Hebelwirkungen, wenn die Tür sich dann bewegt. Es ist ganz klar, dass die Türstopper oftmals an solche Stellen gesetzt werden, weil die Türstopper sonst quasi im Weg stehen oder hinderlich sind, wenn dort irgendwo entlang gelaufen wird. Fachlich richtig wäre die Position des Türstoppers etwa zwei Drittel vom Band weggerechnet in der Türbreite. Erst dann haben Sie die entsprechende Minimierung der entsprechenden Kräfte, die auftreten. Ja, und dann gibt es hier auch solche Schäden, die entstehen können. Das mal als kleines Beispiel. Das war eine Schule in München. Dort wurde ein Türstopper quasi mittig in der Tür gesetzt, in der Höhe als auch in der Breite. Und bei der relativ intensiven Behandlung von Türen in Schulen und Kindergärten und dergleichen hat der Türstopper regelmäßig permanent gegen das Türblatt gedrückt und dann auf der Gegenseite quasi dazu geführt, dass das Türdeck gerissen war und entsprechender Schaden vorhanden war. So ist das halt zu sehen. Ja, und diese Schäden sind nicht immer direkt zu erkennen. Es gibt aber auch ausreichend Möglichkeiten, auch bei solchen Türen Türstopper zu montieren, die funktionieren. Die Auswahl ist ja sehr groß, die am Markt angeboten wird. Jetzt mal eine kurze Zusammenfassung nochmal von den zehn Punkten, die ich Ihnen gerade genannt habe. Beziehungsweise hier sind es sogar elf. Wir haben die Fugenspaltmaße grundsätzlich DIN 18101. Bei Funktionstüren immer Achtung. Ja, da gelten jeweils andere Regeln. Notrechter Einbau, das gleiche in Hochgrün. Wir haben hier die 1 Millimeter, also 1,5 Millimeter pro Meter maximal 3 Millimeter. Hier ist ein Fehler, das muss 1,5 Millimeter heißen. Türblatt liegt nicht an. Ist bei Innentüren, Wohnungstüren kein Mangel. Bei Funktionstüren in der Regel schon eher Lichtschein tut die Tür. Ist bei beiden Türsystemen, Innentüren als auch Funktionstüren kein Problem, wenn die Einbauvorschriften eingehalten sind. Verzug, Türblatt habe ich hier nochmal kurz erwähnt. Die 4 Millimeter, die hängen damit ja oft zusammen. Die gelten als Gesetz, die 4 Millimeter. Nicht ausreichende Schalldämmung ist kein Mangel bei übrigen Innentüren, wenn nichts vereinbart ist. Bei sonstigen Funktionstüren mit Schallschutz muss man halt schauen, dass die Einbauvorschriften entsprechend beachtet sind. Fußboden-Trennlinie, Bedenken anmelden, wenn die nicht richtig ist. Lichtes Zugangsmaß zu klein, hängt von den baulichen Situationen ab im barrierefreien Bereich. Da ist es halt so, dass die 80, 90 gelten, beziehungsweise bei den Funktionstüren kommt es auf die Fluchtweggestaltung an. Die zu kleinen Öffnungswinkel sind im privaten Bereich, im Häuslebau quasi auch kein Thema. Es gibt keine Regeln dazu, bei Türen in Fluchtwegen schon. Dann haben wir das Thema der mechanischen Schäden durch Türstopper, habe ich gerade schon erwähnt. Und das Thema mit den aufsteigenden Feuchtigkeiten, das Quellen und Zerstören von Zargen vom Boden her. Ja, und hier sehen Sie jetzt eine Tür, zu der sind mir tatsächlich keine Mängel mitgeteilt worden bisher, noch keine Mängel bekannt gemacht worden. Allerdings ist das Marktvolumen dieser Türen sehr gering. Im Gegensatz zu den ca. 9,3 Millionen Türen, die in 2021 in Deutschland verkauft worden sind, wäre also eine absolute Nische. Ja, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der das als Nische nutzt. Ansonsten stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Und Sie können mich auch gerne per E-Mail kontaktieren und dann Ihre Fragen noch stellen, wenn das heute nicht beantwortet werden könnte. Dankeschön und ich gebe zurück an Herrn Nerdemann. Ja, Herr Großes, Dankeschön für Ihre Ausführungen. Das sah zwar teilweise nach sehr trockener Kost aus, aber ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form mit Innentüren, der Planung und der Montage zu tun hat, weiß, dass der Teufel tatsächlich im Detail steckt. Mich würde mal interessieren, über die technischen Dinge hinaus, die Sie gerade erklärt haben, spielt der Faktor Mensch ja auch eine ganz wesentliche Rolle bei der Montage und zwar in mehrfacher Hinsicht. Deswegen würde ich Ihnen dazu gerne zwei Fragen stellen. Die erste ist, sind Sie der Meinung, dass die Kollegen, die da auf der Baustelle unterwegs sind und Türen im großen Stil einbauen, teilweise sehr anspruchsvolle Funktionstüren, dass die eigentlich gut gerüstet sind, entsprechend geschult und über das wirklich erforderliche Fachwissen verfügen? Wie ist da Ihre Erfahrung oder was würden Sie gerne Chefs mit auf den Weg geben, die da für Mitarbeiter verantwortlich sind? Man muss ja wahrscheinlich wirklich tatsächlich differenzieren. Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Wir haben Firmen, die also hervorragend Montagearbeiten ausführen und wirklich alle Details kennen. Es gibt allerdings auch dann Firmen, die das entsprechend nicht können. Letztendlich geht es eigentlich nur darum, dass die Mitarbeiter, die es machen, über die ganzen technischen Details sehr gut Bescheid wissen, auch insbesondere die Technik. Die dahinter steckt kennen, was die Bänder, die Schließer, die Bodendichtung, also die Technik, die da verbaut wird, muss bekannt sein. Und dann denke ich mir, ist auch die Möglichkeit, dass man die Sachen vernünftig einbaut, gegeben. Und das Rüstzeug, letztendlich das Know-how, das ist das Entscheidende. Und wenn das nicht vermittelt wird und keine Chance besteht, sich das anzueignen, geht es oft in die Hose. Dankeschön. Dann der zweite Teil meiner Frage. Der Auftritt der Mitarbeiter beim Kunden kann ja unter Umständen auch dazu beitragen, dass die Montage aus Kundensicht ein erfolgreiches Erlebnis wird. Was haben Sie dafür? Drei Tipps auf Lager. Wie sollte man optisch vom Verhalten her am besten auf der Baustelle aufschlagen? Also man sollte im Prinzip, sage ich mal, die Klassiker beherrschen, die man mit der guten Erziehung mitbekommen hat. Grüß Gott oder guten Tag sagen oder Moin Moin, je nachdem, wo man arbeitet. Also erst mal freudig begrüßen. Dann geht es natürlich darum, dass man letztendlich auch vernünftig daherkommt. Das heißt, im Grunde von der Kleidung her nicht gerade dann das Schlechteste anhat oder keine kaputten Sachen hat, dreckige Kleidung und dergleichen. Und dann geht es darum, letztendlich aus meiner Sicht, dass die Monteure bei Privatkunden sich auch entsprechend rücksichtsvoll verhalten auf der Baustelle. Das erleben wir selbst auch mal, dass wenn die Leute dann irgendwo hinkommen und schon anbieten, dass sie ihre Schuhe ausziehen und Monteure, dann ist das bei den Hausfrauen in der Regel schon ein Riesen-Pluspunkt. Also Kleinigkeiten machen auch an dieser Stelle den Unterschied. Ja, richtig, die Kleinigkeiten. Alles klar. Weitere Fragen haben wir jetzt im Moment nicht im Chat. Aber liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, Sie können die gerne reinschreiben oder auch direkt den Herrn Heer kontaktieren im Nachgang. Sie haben ja gerade die Kontaktdaten von ihm gesehen. Und damit bedanke ich mich herzlich für Ihren Vortrag. Das war sehr viele spannende Informationen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Heer. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und dann bis demnächst. Ciao wieder. Tschüss. Und weiter geht's. Die Technik der Türfutter-Montage mittels Montageschaum erfordert Werkzeuge, die ein exaktes Ausrichten und Abstützen ermöglichen. Präzise, einfach und materialschonend geht das mit speziell dafür entwickelten Montagewerkzeugen des Spannwerkzeug-Spezialisten Bessay. Karl-Heinz Thomale, Anwendungstechniker von Bessay, zeigt Ihnen jetzt alles Wichtige rund um die Montage von Türfuttern. Schreiben Sie hier auch während des Vortrags gerne Ihre Fragen in den Chat. Darauf wird Herr Thomale im Anschluss an seinen Vortrag auch sehr gerne eingehen. Hallo und herzlich willkommen an Bord der digitalen Praxistage-Innentüren, lieber Herr Thomale. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag Türfutter einfach montiert mit dem Bessay-Montagesystem. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen beim Bessay. Ich zeige euch heute die Montagestreben und noch das andere Werkzeug, was wir zum Türeinbau benötigen. Kurze Information, wir sehen hier zum Beispiel das Kreuz, das eigentlich Auflage ist, auch in der Türzarge. Das wird mit Filz beklebt. Dann haben wir den Spanner, den Spanner haben wir verändert, dass man eine breitere Auflagefläche in der Nut hat. In der Türfutterstrebe haben wir hier so eine Skala. Da kann man auch im Vorfeld, eventuell, wenn man schon die Innenmaße hat von der Türzarge, kann man die dann schon einstellen. Und ihr seht hier, ich habe schon mal eine Türzarge montiert. So im Normalfall geht man dann her, nimmt dann das Maß hier ab, das obere Maß, weil das ist die lichte Weide. Das ist die lichte Weide von der Türe und es gibt ja auch breitere Türzargen. Und da haben wir im Vorfeld auch schon was Neues, Weiterentwicklung gemacht. Man kann jetzt hier so eine Türfutterstrebe auch verlängern, damit man auch bei breiteren Türen das hier super verwenden kann. Das gibt es auch im Ersatzteil. Aber ich mache jetzt mal mit der normalen Türstrebe weiter. Das Kreuz hier, was wir hier sehen, das hat einmal so einen langen Steg und einen kurzen Steg. Das ist einfach so, man kann hier schmale Türzargen einbauen oder wenn man es umdreht, kann man auch tiefe Türzargen einbauen. Die Türzarge wird eingestellt, wie gesagt, hier oben an der lichten Weide. Und wenn man die Türzarge einstellt, dann fixiere ich die. Dann nehme ich sie wieder raus und dann wird die erste Strebe hier in der Ecke vom Band eingebaut. Und man muss aber darauf achten, dass das Kreuz hier unten nicht über diesen Gummi drüber rausgeht, dass man schön in der Mitte ist. Hier fixieren. So. Machen wir das zu. Gehe ich schnell um die Türzarge rum. Machen wir das hier auch. So. Und ich kann ja auch mit den Türstreben, kann ich die Türzarge dann auch an Ort und Stelle bringen, sicher, damit man sie einbauen kann. Und aus diesem Grund haben wir jetzt diese Ausleger zum Abklipsen gemacht. Die kann man wegmachen. Und dadurch kann ich dann die Türzarge dann direkt einbauen in das vorhandene Maß, wo ich dann die Türzarge einbaue. Also die erste TU kommt hier an das Band. Dann stellen wir die zweite Türzarge auch ein. Entweder kann ich jetzt über die Skala gehen. Oder ich mache dasselbe nochmal so. Und so kann ich dann das lichte Maß einstellen. Und das zweite oder die zweite Strebe, die kommt dann unten an die Bandseite. Hier seht ihr eingeblendet Katalogseiten über die Werkzeuge, die Maße und wie man sie bekommt. So, dann hat man die Türpfortenstreben montiert. Und dann kann man hier sie wunderbar einsetzen in die Aussparung. So, dann nehme ich hier die Klipse wieder, die Ausleger, kann die wieder einklipsen. Und dadurch kann ich die Türzarge hier hinten an der Wand fixieren, damit hier alles sauber an der Innerseite anliegt. So, ich muss die jetzt noch ein bisschen korrigieren, damit wir überall das gleiche Maß haben ungefähr. So, dann habe ich jetzt die Türfutter, also das Türfutter schon mal fixiert. Das passiert hier am Band, das passiert hier unten am, Entschuldigung, hier am Schloss und am Band unten. Dann geht es weiter mit diesem Türfutterricht zwingen. Mit diesem Türfutterricht zwingen kann man einmal noch mal das Maß verändern. Das Maß verändern und ich kann sie herziehen. Also montiert wird sie so, fixiert an der Zarge. Dann hier auch noch mal die Zarge herziehen. Und mit dieser Stellschraube hier, mit dieser Stellschraube hier, kann ich die Türzarge ins Wasser stellen. Dann gucke ich hier sauber und ziehe das an, mache das fest und fixiere das. Und wir empfehlen, vier von diesen Spannern einzubauen. Auch hier so, auch ziemlich einfach. Dann auch hier fixieren. Dann muss man keine Keile oder sonst irgendwelche Werkzeuge noch zusätzlich, sondern nur so die vier Stück. Dann haben wir noch einen WTR. Das ist eigentlich so eine Art Winkelspanner für die obere Gärung. Da kann ich die Gärung noch mal speziell absichern, fixieren, damit da nichts beim Ausscheimen passiert. Hier kann ich die Gärung fixieren, hier mit dieser Auslegung, die wir bei der TU auch haben, einklipse, auch noch mal die Türzarge fixieren. Und mit diesen zwei Schrauben kann man einmal die Türzarge nach unten drücken oder auch hier noch mal ins Wasser stellen. Ich mache hier den letzten auch noch rein. So. Den machen wir halt mal nach oben. Und wenn man das komplette Werkzeug eingebaut hat, so wie wir es hier jetzt sehen, kann ich sogar dann auch hergehen, weil die Türzarge ist jetzt so sehr fixiert. Dann kann ich hergehen, kann schon mal auch mal das Türblatt einhängen und sehen, stimmen die Maße. Ist alles gut im Lot, liegt alles gut an. Also die Eckspanner, die WTR, die kann man entweder nachher, wie ich es gemacht habe, einbauen oder auch schon bei der Montage von dem Türfutter. Wir haben jetzt schon ziemlich viel benutzt von unserem Werkzeug. Aber das ist alles, ja, ist eine Empfehlung. Man kann das verwenden, was man möchte. Wir empfehlen zum Beispiel zwei Türfutterstreben am Schloss und am Band. Es gibt auch Monteure, die benutzen drei Stück, je nachdem. Also so, wie es dann jeder mag. Ja, und dann sind wir eigentlich schon bereit, das Türfutter auszuspritzen. Wenn es dann alles getrocknet ist, kann man es dann wunderbar einhängen, die Tür. Und ist dann eigentlich relativ schnell fertig. Dann kommt noch der Verschluss hin und dann wären wir dann mit dem Türeinbau schon fertig. Wir haben auch im Zuge, im Zuge der Umstellung mit diesen neuen Spannern, die wir jetzt haben, die eine breitere Oberfläche haben, die besser in der Nut sitzt. Hinten haben wir auch eine Hülse verstärkt, damit hier das Gewinde nicht so schnell defekt wird oder schwer läuft, haben wir dann im Zuge auch eine Tasche noch mitentwickelt. Das ist dann jetzt unsere Türfutterstrebe. In der Tasche, in die Tasche passen, oder wenn die gekauft wird, passen sechs TUs rein. Ich kann auch noch das andere Werkzeug, was ich dazu brauche, die Richtwingen, die Winkelspanner, kann ich alles noch mit reinpacke. Damit, ja, Sie sehen sie eingeblendet im Bild, kann man das noch mit einsetzen. Also geht dann recht schnell und recht zügig mit dem Einstellen. Viele haben ja vielleicht die Maße, auch die Innenmaße oder Pflichtenmaße von der Türzeuge schon im Kopf. Dann kann man dann, wie gesagt, direkt über die Skala gehen oder nimmt sie oben ab, wenn die Türzeuge montiert ist. Wir haben auch Videos, Anwendungsvideos, gerade über dieses Türfutter, das Türfutter-System. Dann könnt ihr es im Nachgang vielleicht auch nochmal ansehen. Dann sieht man noch genauer, wie das hier funktioniert mit dem Einstellen von der Gratheit und dass es saubem Wasser ist. Und falls irgendwelche Dinge, ja, fehlen oder vorhanden werden oder verloren gehen, kann man die dann auch im Web oder bei Bessai über Katalog oder so kann man da nachbestellen bei den Händler. Da findet man dann so bestimmte Ersatzteile. Man kann auch bei uns über www.bessai.de, kann man auch in den Katalog reingucken und auch die Ersatzteile, Ersatzteile auffordern. Wenn Sie jetzt schon direkte Fragen hätten, könnten Sie sich die stellen. Ja, Herr Thomale, dann klinke ich mich mal kurz dazu. Es gibt nämlich eine erste Frage jetzt, eine sehr interessante übrigens. Und die lautet, wenn man die Eckspanner verwendet, sind dann nicht die oberen Richtzlingen überflüssig? Wie ist das? Ah, Sie meinen, okay, ich verstehe. Wenn ich jetzt die Winkelspanner benutze, das ist eigentlich nur, damit die Gärung wirklich gehalten wird. Damit die sich auch nicht verdrückt gegen Schaumkräfte oder sonst irgendwas. Mit diesem Winkelspanner kann ich nach unten drücken und ich kann hier oben auch natürlich ins Wasser stellen. Wenn ich dann die Wasserwaage hinhalte, kann ich dann das natürlich auch verstellen. Aber wenn die Seitenwände oder wenn es da nicht so stabil ist, ist es schon besser, wenn man dann die Türricht zwingt, die TFM, auch noch in der Mitte von oben und dem Schloss hat. Man ist einfach auf der sicheren Seite, dass eigentlich alles schön gerade wird. Dass ich da nichts verziehen kann. Okay, der Fragesteller bedankt sich im Chat und fühlt die Frage gut beantwortet. Also danke auch von meiner Seite. Ich hoffe, wir konnten gut erklären. Also es ist eigentlich recht einfach, unser Werkzeug zu benutzen. Ja, es gibt noch Fragen. Also wir sind noch nicht ganz fertig. Dazu muss ich meine Brille aufziehen. Sehr schön, das freut mich. Keine Frage, unbeantwortet bleiben. Gibt es von Bessay auch Montagetools für andere Zargenvarianten, zum Beispiel Blockzarge über die reine Umfassungszarge hinaus? Wie ist das? Also es ist so, wir haben ja jetzt gesehen, dass ich die Spanner in die Nut versetzt habe. Also in die Nut reingesetzt habe. Aber man kann natürlich auch hergehen. Man kann dann Türzargen einbauen bis Stärke hier 35 Millimeter. Weil ich kann ja dahinter auch gehen. So funktioniert auch. Also dann habe ich hier, hier ungefähr, habe ich kann Türzargenstärke haben bis 30, 35 Millimeter. Kann ich dann die Türzarge auch noch so fixieren? Was darüber hinausgeht, also wird es dann, ja, passt das bei unserem Werkzeug dann leider nicht. Aber da haben wir schon ziemlich viele, viele Türen damit abgedeckt. Ich hoffe, ich konnte die Frage eben jetzt beantworten, richtig? Ja, sollte der Fragensteller noch Nachfragen haben oder vielleicht was anderes gemeint haben, bitte einfach nochmal neu in den Chat reinschreiben. Das ist ja kein Problem, dann könnte ich die Arbeit erreichen. Bekommen wir, bekommen wir alles hin. Mich würde mal interessieren noch, gibt es eigentlich Erfahrungswerte? Wie viel sich mit, ich sage mal, gutem Werkzeug, und ich unterstelle Ihnen mal von Bessay, dass das erste Werkzeug ist, wie viel Zeit spare ich, wie viel besser wird meine Qualität, wie viel präziser bin ich möglicherweise unterwegs? Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht? Können Sie da so ein paar knackige Aussagen treffen? Die Sache ist die, wenn man sich richtig damit auskennt, mit unseren Türzeigen, also wie man sie einstellt und alles Mögliche, ist man recht schnell, dann sind wir eigentlich im Minutenbereich, die man braucht, um eine Türzeige zu befestigen, um sie dann auszuschäumen. Aber die Sache ist die, ich bin, ich bin mal, ja, ich habe mal Türmonteure verfolgt, um zu schauen, was die benutzen, wie die es benutzen. Und das sind wirklich von einer ganz normalen Latte bis komplett unser Werkzeug ist alles mit dabei. Einer hat sogar die Tür so eingebaut, das war, der hat die Türfutter, die hier, die Richtzwinge, hat er nur oberfest gemacht, damit das Türfutter nicht nach hinten rausfällt. Und der Rest hat er irgendwie hemmsärmelig gemacht. Also da kann man jetzt nicht, nicht dazu, also in Zahlen, Fakten, also da könnte ich jetzt kein Diagramm aufstellen. Mit unserem Werkzeug geht es so schnell, mit einem anderen, mit dem Mütbewerber geht es so schnell oder so. Aber die Erfahrungen, was ich jetzt oder was ich gesprochen habe mit den, mit den Leuten, mit den Monteuren, die sind also recht zufrieden und es geht sehr schnell. Ja, zumal ja auch Schnelligkeit auch nicht alles ist. Sicher, wenn man natürlich schon deutlich schneller ist mit ihrem System, denke ich ja schon, dass man auch ganz nebenbei deutlich präziser auch noch montieren kann. Zum Beispiel diese breiten Auflageflächen sehe, wo ja dann so die Parallelität der Futter auf jeden Fall gegeben ist und so weiter. Dann gibt es da wahrscheinlich viele Sachen, um die sich Monteure gar keine Gedanken mehr machen müssen, weil das System durchaus pfiffig in Anführungsstrichen mitdenkt ein Stück weit. Ja, weil es ist so, wenn jetzt zum Beispiel ein Monteur, der kennt seine Maße, der kennt die Innenmaße von der Türzarge und dann stellt er schon von vornherein, stellt er dann mit dem Maßband, was wir auf dem Alu-Teil haben, auf dem Alu-Vierkant, kann man das direkt einstellen, einbauen, passt. Und dadurch, wie Sie schon sagen, dass wir die breiten Oberflächen haben, wo wir aufliegen an der Türzarge, ich sage es mal auf Schwäbisch, drückt es dann die Türzarge schon ins Gerade. Da muss man fast viel nachjustieren. Also schon lange bewährt, lange bewährt ist schon lange auf dem Markt die Strebe. Durch diese breiten Auflagen oder langen Auflagen wird da eigentlich auch die Winkelgerechtigkeit sichergestellt? Ein Stück weit schon, nehme ich mal an, oder? Ja, 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 doch. Weil Sie sehen ja, die Auflagenfläche und so, und das schön parallel ist. Hier praktisch auf Längsachse wird dann auch schon der Druck übertragen, was ich, wenn ich hier die Türzarge montiere. Also dann ist das schon recht parallel, wenn ich sie dann einbaue. Und auch eine gute Geschichte, ich kann es ja im Vorfeld einbauen und kann dann die Türzarge sicher irgendwo hinbringen, beziehungsweise da, wo ich sie montieren muss. Es gibt auch Monteure, die dann unten an die zwei Schenkeln noch eine Latte und ein Stück Holz hinnageln, damit die nicht zusammenklappt oder so. Ist alles nicht nötig, wenn ich diese zwei Streben drin habe, kann ich die super. Und dadurch, dass man halt jetzt die Ausleger abklipsen kann, kann ich dann das direkt so in die Öffnung, wo die Montage stattfindet, direkt eintragen. Wir hatten früher andere Spanner, da war der Ausleger fix dran und dann musste man eigentlich, konnte man die Zarge tragen, musste dann aber die TUs nochmal rausmachen, bevor man das einschobt, weil man halt durch die Ausleger nicht in den Spalt gekommen ist. Da haben wir uns dann schon weiterentwickelt, was das angeht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kann ich unter Umständen wirklich schon Türen in der Werkstatt vorbereiten und vielleicht auch sie komfortabel tragen und transportieren mit diesen Zwingen oder ist das ein reines Baustellen? Nein, hatte ich schon den Fall. Ich war in einer Schreinerei, die haben die Türzargen in der Schreinerei montiert, direkt mit den TUs, dann auf dem Lastwagen drauf zur Baustelle gefahren und dann direkt montiert, weil man kann es ja tragen, wohin man möchte dann damit. Und sie sind sicher. Klar, die haben dann was dazwischen gelegt, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird von der Türzarge. Aber es ist möglich, das schon zu Hause im Betrieb schon vorzuinstallieren. Wenn irgendwas mit den Türzargen wäre oder so, dann kann man das vormontieren und dann natürlich auf die Baustelle bringen. Funktioniert auch. Das heißt, es sind im Grunde Universalzwingen, die für alle gängigen Maße geeignet sind, oder? Gibt es Sondermaße, Sondergrößen? Da man ja das ja einstellen kann und auch verlängern, wenn man nur eine Türzarge hat durch einen Wanddurchbruch, so einen doppelten Wanddurchbruch, so zwei Meter oder so, dann kann man durch die Verlängerung, die man einstecken kann. Können Sie die mal einstecken? Können Sie das mal zeigen, wie das geht? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das so raus. Und es ist ja so, wir verkaufen ja schon lange Türzargen. Äh, nicht Türzargen, Entschuldigung. Das Werkzeug dafür. Türzargen vom Messing. Neue Schlagzeile. Das wäre es hier, das wäre es hier. Bei den neuen Türfurterstreben haben wir hier so ein Spind drin, so ein kleiner. Und das funktioniert so mit Bajonettverschluss, dass das nicht mehr rausgeht. Im Teile sind zwei Stück drin, also man kann es mit doppelt verlängern. Aber wir haben uns dann auch schon die Gedanken darüber gemacht, dass es gibt auch die alten Türfurter, die haben nicht diesen Stift drin. Macht aber nichts aus, nur reinstecken. Weil bei der Montage ist man eigentlich auf Druck. Also sprich, wenn ich eine Türzarge einbaue und die ausschäume, bin ich ja auf Druck und nicht auf Zug. Das ist auch so, wenn ich ältere Modelle habe von der Türstrebe, kann ich auch die alten Spanner oder die ich nicht mehr habe oder verloren habe, kann ich einfach die neuen draufstecken. Das bedeutet, das alte passt zum neue, das neue passt zum alte, dass man nicht komplett alles kaufen muss. Gut, also die Systeme sind kompatibel. Das ist ja auf jeden Fall eine interessante Sache. Sie haben da eine Folie. Sieht man da was Ergänzendes noch? Die, meine, also Edda, die hat jetzt ein Katalogbild eingeblendet, wo die Sachen mit drin sind. Das ist nicht die Ersatzteilliste, aber das ist die Homepage. Und über die Homepage kann man, über das Service, kann man dann in das Ersatzteil gehen. Und dann bekommt man von diesem Ausleger bis zur kompletten Strebe eigentlich alles. Alles klar. Bei Ihnen gibt es dann auch die passende Unterbringung. Und wenn ich das sehe, Taschen oder gibt es auch Systeme? Also die Tasche, da sind sechs Streben drin. Und da kann man eigentlich drei Türen einbauen damit. Oder wenn man drei Streben benutzt, kann man zwei damit einbauen. Okay. Aber so die Empfehlung, die Empfehlung ist schon, dass man dann. Und hier tut Edda schon mal den kleinen Einspieler von dem Video, das es gibt, und das man dann auch jederzeit angucken kann, über unsere Homepage, über YouTube oder so. Und das ist auch nochmal alles ganz genau beschrieben. Ja. Wollten Sie da jetzt noch ein Video zeigen, oder ist das einfach ein Hinweis an die Teilen? Das habe ich mir jetzt nur angespielt, damit man das dann findet. Super. Ja, also im Moment ploppt noch eine weitere Frage auf sich. Kleinen Moment. Ja, gerne. Muss ich mir auf meinen Bildschirm rüberziehen. So, da ist die Frage, kann man die Tasche eigentlich auch einzeln kaufen? Offensichtlich. Macht ihr die einen ziemlich guten Eindruck gerade auf dem Bild? Ja, ganz sicher kann man die auch einzeln kaufen. Ist ganz klar. Man kann die einzeln kaufen, ja. Die ist auch, die ist auch immer, man kann sie einmal zum Tragen benutzen. Und das Gute ist auch, die hat Rollen. Die kann man dann auch hinter sich herziehen. Wenn man mal sie überlädt mit zu viel Werkzeug. Also wie gesagt, sechs Stück von diesen Streben sind drin. Dann kann ich noch das komplette Werkzeug auch noch mit reinmachen. Vielleicht auch noch eine kleine Wasserwaage, Schaum oder so. All in one. Alles in einem. Sehr schön. Ja, dann sage ich mal danke für das Beantworten der Fragen. Weitere Fragen gibt es nicht. Also was mich schon beeindruckt, ist der Unterschied, oder ist, was ich in dem Bereich getan habe. Als ich vor vielen Jahren mal meine Schreinerlehre gemacht habe, da musste ich eine halbe Stunde früher morgens in der Werkstatt sein, musste Keile schneiden, Latten richten und so weiter und so fort. Wenn ich das so sehe, dann würde ich mal sagen, ist das ja wirklich Türenmontage 4.0 sozusagen. Ja, weil die Sache ist halt die, so wie Sie gesagt haben, Keile schneiden, Unterlagen, Zulagen und alles Mögliche richten. Und die sind dann jedes Mal weg. Weil die bleiben ja drin. Richtig. Und richtig genau ist es trotzdem nicht. Also so präzise, wie man das jetzt mit solchen Werkzeugen machen kann, wird es dann in der gebastelten Variante, wenn ich das mal so nennen darf, dann auch nicht wirklich. Ja, also die ist schon lange, die Zwinge. Und wir haben die auch weiterentwickelt. Und ich habe mich jetzt darüber sehr gefreut, das hier zeigen zu dürfen. Das ist super. Abschließende allerletzte Frage. Gibt es da unterschiedliche Setgrößen? Also wenn einer jetzt da was für fünf Monteure braucht, gibt es da das Turbo-Set? Also wir haben diese Streben im Einzelnen. Wir können die von einer bis Verpackungseinheit zwei kaufen oder diese Tasche mit sechs Stück drin. Und dann muss man sich halt aussuchen, was man braucht, was man benötigt oder wollte. Wenn einer praktisch ein Monteur eine Tasche, der kann dann drei Türzeichen einbauen, je nachdem. Und die Schäume, die sind heutzutage auch viel schneller wie früher. Da kann man praktisch nach 20 Minuten, halber Stunde, je nachdem, wann die abgebunden haben, kann man die dann schon wieder entfernen und die nächsten einbauen. Das heißt, mit drei Sätzen ist man ganz gut bedient. Kann man eigentlich durcharbeiten, ne? Ja, man muss sein Zeitmanagement dann so legen, damit dann das abbindet, wenn man dann die Mittagspause hat oder sonst irgendein Festspruch. Und das kann man direkt weiter machen. Super. Ja, Herr Tomali, jetzt haben wir das Bessay-System intensiv kennengelernt rund um die Innentür. Hat Spaß gemacht. Möchte Ihnen danken. Haben Sie toll erklärt. Anschaulich. Und ja, wünsche Ihnen noch einen guten Tag, eine gute Zeit. Und sage nochmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Dann müssen wir weiter. Und tschüss von Bessay. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ja, Sie wollen selbst schließende Türen umsetzen und haben dabei Anforderungen in Sachen Brand- und Rauschschutz zu berücksichtigen. Die herkömmliche Lösung lautet Bänder plus separater Türschließer. Jürgen Bartels, Geschäftsführer Basis Bartels Systembeschläge GmbH, stellt das herkömmliche jetzt allerdings in Frage. Er behauptet, das Band genügt. Er wird Ihnen jetzt ein verdeckt liegendes Band vorstellen, das tatsächlich beide Funktionen in sich vereint. Das Tragen des Türblattes und einstellbares, gedämpftes Schließen. Schönen guten Tag nach Kalletal, Herr Bartels. Ich grüße Sie. Hallo zurück. Herzlichen Dank für die Einführung. Eigentlich haben Sie ja schon alles gesagt. Aber ich werde natürlich trotzdem gerne den Vortrag halten. Ich freue mich, dass ich hier bin. War bisher ein sehr interessantes Thema. Gerade sehr praxisorientiert. Fand ich super. Und Herr Herr hat ja auch immer einiges zu erzählen. Insofern hoffe ich, dass ich die Teilnehmer, die wir bisher haben, dann auch mit meinem Thema hier behalten kann. Ich habe, Moment, ich muss einmal nochmal hochgehen. Also das Thema heißt der Türschließer und Band. Zwei an einer Tür? Fragezeichen. Und ich habe das so ein bisschen plakativ unterlegt mit zwei Bildern. Und zwar, wie man das hier sieht, also oben in der Ecke ein aufliegender Türschließer plus ein Bandsystem. Und da sage ich gleich Fragezeichen. Ich habe den Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich würde gerne noch ein paar Worte zu mir selber verlieren, damit die Zuhörer, die mich nicht kennen, mich ein bisschen kennenlernen. Dann gehe ich auf die unterschiedlichen Arten von Türschließern ein, die wir heute auf dem Markt haben. Ich gehe dann natürlich auf die Arten von Türbändern ein. Ich mache noch einen kurzen Exkurs zum Thema Federband und würde dann erst mal was sagen zur Bandwahl bei der Kombination mit Türschließern. Da gibt es einige Punkte zu berücksichtigen. Danach gehe ich dann weiter auf die weiteren Aspekte bei der Kombination von Türschließern und Bändern. Und dann frage ich einfach mal danach, geht es denn noch anders? Danach folgen Quellenangaben und dann können wir gerne zu den Fragen und Antworten übergehen. Auf der letzten Folie, die würde ich dann einblenden, wenn wir Fragen und Antworten machen, sind dann auch weitere Kontaktmöglichkeiten vorgegeben, sodass dann auch nach dem Webinar ein Kontakt möglich sein könnte. Wer bin ich? Also Jürgen Bartels, Sie haben mich schon vorgestellt. Ich bin ein geschäftsführender Gesellschafter der Basis Bartels Systembeschläge GmbH. Das Unternehmen wird von meinem Bruder und von mir zusammengeleitet. Wir sind ein typisches Familienunternehmen aus der, ich nenne es jetzt einfach mal, ostwestfälischen Ideenschmiede. Wir haben ja vorhin Besse gehört, das ist ja typisch schwäbisch, die Tüftler, die daher kommen. Aber Ostwestfalen muss ich da auch nicht verstecken, sind auch viele Unternehmen, die da gute Dinge machen. Mein Tätigkeitsschwerpunkt im Unternehmen ist Vertriebs- und Marketingleitung. Wir haben ein interdisziplinäres Team für die Produktentwicklung, wo ich mich stark einbringen kann, natürlich aus den Erfahrungen des Marktes, die ich da immer wieder einspiegeln darf und ich arbeite auch im Normausschuss mit, das ist die TC 33, WG 4, TG 5. TG 5 beschäftigt sich mit Türbändern. Für diejenigen, die das Unternehmen nicht kennen hier in dieser Runde, Basis, wir sind ein deutscher Hersteller am Standort Kalletal. Wie schon gesagt worden ist, ist in Ostwestfalen zwischen Bielefeld und Hannover. Und wir stellen Türbandsysteme her und Schließblechsysteme. Typischer Zulieferer würde ich sagen von der Türindustrie. Aber wir liefern natürlich auch an Handel und Verarbeiter. Wie gesagt, die Kontaktdaten finden Sie nochmal am Ende der Präsentation. Dann würde ich sagen, steigen wir schon mal ein. Arten von Türschließern. Die klassischen Oben-Türschließer, so wie wir sie hier auf dem Bild sehen, ich nenne es jetzt einfach mal den Klassiker, sorgt für das selbsttätige Schließen der Tür, wie schon eingeführt und wird natürlich aus diesem Grund auch hauptsächlich bei Brand- und Rauchschutztüren verwendet. Natürlich ist das komfortable Schließen auch immer ein Thema, aber Rauch- und Brandschutz ist natürlich so die Vorgabe der Selbstschließung. Dieser Oben-Türschließer hier ist sichtbar aufliegend montiert. Ich sehe also diese Box und ich sehe die Gleitschiene oder das Gestänge. Das bedeutet, sieht man hier in diesem Bild eigentlich auch ganz gut, ich sage mal, jedem Beschlaghersteller geht natürlich hier das Herz auf, weil die Beschlagssysteme so schön zu sehen sind, zwei Türbänder und ein Oben-Türschließer. Ein designorientierter Architekt würde da vielleicht jetzt eher nicht so affin drauf schauen, weil es vielleicht dann doch das Ansichtsbild der Tür etwas stört. Aber es ist so, der Oben-Türschließer ist sichtbar. Was wir hier sehen, sind dann auch sichtbare Türbänder. Und es gibt diese Modelle in vielfältigsten Ausführungsformen, gegenschließend. Hier sehen wir es also in Öffnungsrichtung. Es gibt sie auf der anderen Seite. Es gibt sie mit Feststeller und so weiter. Da sind die Hersteller der Türschließer schon sehr, sehr weit, sehr variabel. Und diese Türschließer können auch wirklich extrem gut eingestellt werden. Das muss man sagen. Eine Variante vom Oben-Türschließer ist der integrierte Oben-Türschließer, der also in der oberen Türfalz und Zarge eingelassen ist, der somit natürlich auch erst mal keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Tür hat. Auch der sorgt natürlich für das selbsttätige Schließen der Tür, damit natürlich auch für Brand- und Rauchschutztüren einsetzbar. Und er ist verdeckt liegend montiert. Das, was ich sehe, ist, wenn die Tür geöffnet ist, die Gleitschiene. Das habe ich so ein bisschen rechts oben rausgezogen. Da blickt man dann drauf, beziehungsweise man blickt dann auch in diese Schiene hinein, wenn man nach oben schaut, um nochmal so den Bezug vielleicht auch zu nehmen auf den ersten Vortrag von Herrn Herr. Ich sehe in der Gleitschiene oben auch eine Öffnungsbegrenzung. Und ich sehe auch, dass diese Schiene sicherlich nicht bei zwei Dritteln stoppt, sondern sie ist sehr nah an der Bandseite. Das ist grundsätzlich jetzt erst mal so gegeben, aber kann auch zu Schadenfällen führen. Hat man sicherlich schon mal gesehen, dass bei sowas, wenn das mal in die Öffnungsbegrenzung reinrauscht, das obere Band durchaus in Mitleidenschaft bezogen werden kann. Bei den integrierten Obentürschließern gibt es auch wirklich sehr viele Modelle mittlerweile. Meine kleine Recherche hat ergeben noch nicht so viele wie bei den Aufliegenden, aber auch da sind die Hersteller wirklich sehr gut unterwegs und auch die lassen sich super einstellen. Das muss man einfach so sagen. Was es auch als Schließprodukt gibt, ist der sogenannte Bodentürschließer. Man sieht das hier in dem Bild so ein bisschen angedeutet unten in diesem blauen Bereich. Da wird also der Bodentürschließer entweder in der unteren Türpfalz eingelassen oder aber im Boden. Beeinflusst somit auch nicht direkt das Erscheinungsbild der Tür. Auch hier haben wir wieder ein selbsttätiges Schließen der Tür. Wenn der Bodentürschließer in den Boden eingelassen wird, dann macht er sich bemerkbar durch eine Platte, durch eine Abdeckplatte, die man in der Regel sieht. Dieser Bodentürschließer wird zum Beispiel gerne genommen bei Rundbogentüren, weil ich dann natürlich oben keinen Oben-Türschließer unterbekomme. Wo ich es auch oft sehe, natürlich sind Ganzglastüren, oftmals auch im Fassadenbereich. Da auch bei Ganzglastüren natürlich die optische Beeinflussung von großen Beschlagssystemen so ein bisschen vermieden werden sollte. Und daher arbeitet man da ganz gerne mit Bodentürschließern. Was die Bodentürschließer auch oft mitbringen, sind Feststellfunktionen. Und es gibt natürlich dann auch Bodentürschließer, die dann kombiniert werden schon mit Pivotbändern, Pivotbändern, die dann eben dann auch die tragende Funktion mit übernehmen. Was haben wir noch? Den sogenannten Falztürschließer, der hier im Bild dargestellt ist. Der wird in die seitliche Türfalz eingelassen, ist somit dann auch verdeckt liegend und beeinflusst nicht das Erscheinungsbild der Tür. Auch hier wieder ein selbsttätiges Schließen wird gewährleistet. Und man sieht diesen Beschlag eben nur dann, wenn die Tür geöffnet ist. Auch hier Rundbogentüren ist ein klassischer Anwendungsfall. Der Falztürschließer, den wir hier sehen, hat auch gute Einstellmöglichkeiten, ist aber eingeschränkt, wenn man das auf den Herstellerangaben sieht, zum Beispiel wegen der Schließkraft. Also sehr schwere Türen bekomme ich damit nicht gehandelt. Und was man auch sehen muss in dem Fall ist, die Kombination des Falztürschließers mit Türbändern ist nicht immer ganz unproblematisch. Der muss einen gewissen Abstand gewährleisten bei der Öffnung, um die Funktion hinzubekommen. Das heißt, in dem Fall muss man sich das wirklich anschauen, kann ich den mit der Bandlösung, die ich im Kopf habe, kombinieren. So, neben den Türschließern gibt es Türbänder, um das Thema zu bespielen, Türschließer und Band. Es gibt die klassischen einachsigen Rollenbänder. Ich habe hier mal ein Bild gezeigt, was vielleicht etwas ungewöhnlicher ist, weil es ein vergoldetes Band mit Zierkopf ist. Aber was man ja sagen muss, ist, es ist immer noch ein sehr verbreitetes Band, und durch die Sichtbarkeit im Wesentlichen auch immer noch ein Gestaltungselement. So etwas, was ich hier gezeigt habe, würde sich natürlich nicht für eine modern anmutende Tür empfehlen, aber eher vielleicht für eine denkmalgeschützte Tür, wo ich eine alte Optik nachempfinden möchte. Bei den Rollenbändern an sich gibt es unterschiedlichste Ausführungen. Also, die Anwendungsbereiche sind von der ganz einfachen Innentür, wo wir die klassischen zweiteiligen Bänder kennen, bis zu hochkomplex justierbaren Schwerlastbändern, die bis 300, 350 Kilogramm Tragfähigkeit hochgehen. Ich habe Justierbarkeiten, wenn ich mit Bandaufnahmen arbeite, so wie hier im Bild dargestellt. Ich habe funktionale Anforderungen wie Brandschutz etc., die diese Rollenbänder zum Teil, nicht alle, aber zum Teil erfüllen. Und es gibt in diesem Fall eine gängige und eine veröffentlichte Produktnorm, das ist die EN 1935-2002. Bitte keinen Schock kriegen, ich werde es jetzt nicht mit Normen hier bombardieren. Hier ist nur wichtig, so als Nebensatz 2002 heißt, es ist eine relativ alte Norm. Die ist also jetzt 20 Jahre alt und bräuchte mal dringend ein Refresh, aber das wäre ein anderer Vortrag, den wir hier halten müssten. Das ist im europäischen Kontext im Moment nicht so ganz einfach. Aber die Norm ist deswegen wichtig, weil sie gleich Bezug nimmt auf das Thema, was passiert in der Kombination mit Türschließern. Neben den einachsigen, sichtbaren Rollenbändern gibt es die mehrachsigen, verdeckt liegenden Türbänder. Ein Beispiel sehen Sie rechts abgebildet. Diese Türbänder werden in der seitlichen Türfalls eingelassen. Und daher sehe ich sie erst mal nicht bei geschlossener Tür. Und sie beeinflussen somit auch nicht das Erscheinungsbild der Tür. Die verdeckt liegenden Bänder, so wie wir sie kennen, sind im Wesentlichen für die flächenbündigen Türen gedacht. Aber es gibt auch durchaus Modelle für gefälzte Türen mittlerweile. Und natürlich sehe ich das Türband, wenn die Tür geöffnet ist. Also spätestens bei 90 Grad, bei 180 Grad erst recht, sehe ich dann die Gelenkmechanik, ich sehe die Anbauteile, welches Modell es auch immer ist. Da sollte man sich darüber im Klaren sein. Und mittlerweile gibt es hier auch wirklich eine sehr große Oberflächen- und Ausführungsvielfalt. Wir sehen hier ein schwarzes Band. Schwarze ist im Moment ja sehr trendy. Wir haben in unserem Produktportfolio Türbänder von 40 Kilogramm bis 350 Kilogramm Tragfähigkeit, sodass da von der einfachen Innentür bis zur hochfunktionalen, schweren Tür sehr viel abgedeckt werden kann. Und genau wie die integrierten Obentürschließer sind die verdeckt liegenden Bänder diejenigen, die den Trend nach minimalistischem Türdesign durchaus unterstützen. Ein Punkt hier ist, es gibt derzeit leider keine gültige Norm für die verdeckt liegenden Bänder. Nichtsdestotrotz können sie CE-zertifiziert werden, zum Glück, weil sie ja auch in Brandschutz- und Rauchschutztüren und Fluchttüren eingesetzt werden. Und da gibt es eine sogenannte EAD. Und diese EAD ist in Anlehnung an die vorher genannte Norm. Bedeutet für den Anwender, wenn er eine Bandklasse sieht, für ein verdeckt liegendes Band und eine Bandklasse für ein Rollenband, dann sind die im Wesentlichen vergleichbar. Es gibt klitzekleine Unterschiede, aber das würde jetzt an der Stelle sicherlich zu weit führen. Kurzer Exkurs zu dem Thema Federband. Federbänder kennen wir oftmals so aus untergeordneten Türen. Ich sage mal so Stahltüren sind oftmals mit Federbändern ausgestattet, wenn sie denn selbstschließend sein müssen. Wir sehen hier im Bild mal ein Objektband, so wie wir es nennen, in Edelstahloptik mit einem Mittelteil für eine justierbare Bandaufnahme. Und da ist auch eine Federmechanik integriert. Auch diese Federbänder sind geeignet für selbstschließende Türen. Allerdings mit sehr geringem Komfortanspruch. Das muss man einfach so sagen, weil die Schließung ja in der Regel sehr ungedämpft und unkontrolliert ist. Also das kann schon mal richtig knallen. Insofern habe ich hier gefragt, ist es ein Ersatz für einen Türschließer? Klares Jein. Was den Komfort zum Beispiel betrifft, muss man das ganz klar so sehen, dass das dem Türschließer nicht die Hand reichen kann. Die Federkraft ist einstellbar, aber ansonsten ist es dann schon etwas eingeschränkter. Dann würde ich jetzt an der Stelle gerne was sagen zur Bandwahl. Die Bandwahl bei der Kombination mit Türschließern. Da gibt es eine relativ klare Aussage in der gültigen Türbandnorm, in der 1935. Die da sagen, Türschließer vergrößern die Belastung und damit die Verschleißrate der Türbänder. Bei Türschließern ohne Öffnungsdämpfung kann davon ausgegangen werden, dass die wirksame Türmasse 20 Prozent größer ist als die tatsächliche Türmasse. Und für Türschließer mit Öffnungsdämpfung ist der Effekt größer. Da gehen wir tatsächlich von 75 Prozent Steigerung aus der Türmasse, also der wirksamen Masse, die das Türband sozusagen sieht oder tragen muss. Und daher ist in der Norm die Empfehlung, Türen mit Türschließern sollten daher drei oder mehr Bänder der Klassen 12, 13 oder höher aufweisen. Um das einfach mal zu übersetzen. Die Bandklasse 12 sagt, die Tragfähigkeit des Türbandes ist 100 Kilogramm pro Paar. Die Bandklasse 13 ist 120 Kilogramm pro Paar und die Bandklasse 14 160 Kilogramm pro Paar. Wobei wir da als Bandhersteller bei dieser Tragfähigkeit immer von einer sogenannten Normtür ausgehen. Die ist ein Meter breit und zwei Meter hoch. Alles, was abweichend ist, muss im Wesentlichen erst mal bewertet werden. Aber man sollte sich merken, dass diese Bandklassen 12, 13 oder 14 da im Rennen sind. Und leider gibt es im Moment keine Bandklassen für schwerere Türen. Das ist so ein bisschen dem Alter der Norm geschuldet. Es wäre schön, wenn wir auch eine 15 oder 16 hätten für 200 und mehr Kilogramm. Aber gut, da arbeiten wir dran. Was heißt das aber? Das heißt, wenn ich über Bandklasse 12, 13 oder 14 spreche, dann sind das eigentlich nur objektgeeignete Türbänder. Objektgeeignete Türbänder, sichtbar oder verdeckt. Das ist dann in dem Fall erst mal egal. Es ist aber so, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Auch das muss man ganz klar sagen. Ich habe da mal so dieses magische Dreieck reingezeichnet. Was will ich damit sagen? Es gibt den Bandhersteller, dafür sitze ich jetzt hier gerade, wir versuchen natürlich Beanstandungen durch Überlastung zu vermeiden. Das ist ganz klar. Und böse gesagt können natürlich jetzt auch die Teilnehmer sagen, naja, der Bandhersteller verkauft auch lieber drei Bänder als zwei. Ja, auch das ist so. Aber laut Norm ist es tatsächlich die Empfehlung. Und auch die Erfahrung zeigt, dass der Türschließer schon krass sein kann. Der Vertrieb des Türherstellers, der steht natürlich unter Preisdruck. Das heißt, irgendwo muss das Türelement ja auch untergebracht werden, zu einem vernünftigen Preis. Und der triggert dann natürlich wieder seine Technik. Also die Technik des Türherstellers, die ist dafür zuständig, das funktionierende Gesamtsystem Türelement hinzubekommen. Und ja, da beißen wir uns natürlich ab und zu. Das ist so. Und ich habe das einfach mal hier in der nächsten Folie so ein bisschen gezeigt, um auf die plakative Formel zurückzukommen. Einmal Türschließer plus dreimal hier in den Rollenbandsystem. Das ist dann größer gleich vier. Also die Norm noch mal so ein bisschen abgegriffen. Drei oder mehr Bänder. Aber was man natürlich auch sieht, durchaus ist ein Türschließer und zwei ganz einfache Türbänder, sodass ich hier in der Formel bei drei bin. Auch das sieht man natürlich öfters. Ich mache immer gerne die Augen auf, wenn ich so unterwegs bin. Und solche Kombinationen sieht man, ist laut Bandnormen allerdings nicht konform. Welche weiteren Aspekte gibt es? Zum Beispiel die gestalterischen Aspekte, wenn ich Türschließer und Bänder kombiniere. Ich habe das hier jetzt einfach mal so gesagt. Verdeckt liegende Bänder bieten sich für integrierte bzw. verdeckt liegende Türschließer an, um einfach das Design sauber zu halten. Und die sichtbaren Bänder bieten sich eher für die normalen Türschließer an. Weil wenn ich schon einen Türschließer sehe, ich glaube, dann ist es auch okay, wenn ich ein normales Band sehe. Was ich hier natürlich immer habe, ist das Thema der Oberflächen. Sind die Oberflächen abgestimmt miteinander? In der Regel sind es unterschiedliche Hersteller von Türschließer und Türband. Und auch da kann es dann ab und zu zu Differenzen kommen. Bei den funktionalen Aspekten habe ich hier mal aufgeführt, dass zum Beispiel die Justierbarkeit von Türbändern, also die dreidimensionale Justierbarkeit, die ich dann oft brauche, ich referenziere wieder auf Herrn Herr, eine Falzluft einzustellen nach oben oder zur Seite, harmoniert oft nicht mit den Falztürschließern, die nicht einstellbar sind. Oder aber die Kinematik von Türbändern und Türschließern harmoniert in Ausnahmefällen nicht. Auch das kann passieren. Und was man auch manchmal hat, ist, dass der Türschließer den Öffnungswinkel einschränkt, das Türband. Wir werden eigentlich immer danach bewertet, dass wir 180 Grad Türbänder haben, auch im verdecktenen Bandbereich. Und dann kommt halt ein ITS, also ein oben liegender, integrierter Türschließer, der dann irgendwie bei 110 Grad zu macht. Das ist dann aus unserer Sicht immer ein bisschen schade. Was man auch sehen muss, es gibt unterschiedliche normative Aspekte, dass nämlich beispielsweise die Türschließer auf 500.000 Prüfzyklen laufen und unsere Bänder immer nur auf 200.000 Zyklen. Das heißt also, normalerweise bei einer Objekttür, die stark frequentiert ist, könnte es sein, dass die Bänder eher den Geist aufgeben als der Türschließer. Ist ein bisschen unglücklich vielleicht, aber das sind halt unterschiedliche Produktnormen, die da zum Tragen kommen. Vielleicht nochmal hier eine kleine Zusammenfassung mit zwei Bildern eines und des gleichen Türelementes. Jedes Türelement ist anders in gewisser Weise und die Beschlagslösung an sich ist natürlich im Gesamtzusammenhang zu sehen. Und mit Beschlagslösung meine ich in dem Fall alles, was an der Tür ist. Was wir hier sehen, ist eine relativ breite, große Tür, die eigentlich zu 99 Prozent der Tür 180 Grad geöffnet ist. Das ist das rechte Bild. Wir sehen oben einen aufgesetzten Türschließer, der hier 180 Grad machen kann. Wir sehen vier Rollenbänder, die eingesetzt worden sind. Wir sehen an der Wand im linken Bild Magnet. Das ist also die Haltung, die dann im Brandfall löst und die die Tür schließt. Und da kann man durchaus sagen, ja, im geschlossenen Zustand ist da vielleicht viel Beschlag dran. Also acht Bänder, zwei Oben-Türschließer, riesige Schiene, dann noch die Magnethalter draufgesetzt. Aber bei 180 Grad ist alles gut, finde ich. Also das ist völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Gut. Das führt mich nun natürlich zu der Frage, geht es auch anders? Weil, ich sage jetzt mal so ganz provokant, eine Liebeshochzeit von Türschließer und Türband, das haben wir eigentlich eher nicht. Man arrangiert sich, aber es sind oftmals so, dass wir als Türschließer, Türbandhersteller, manchmal den Türschließer etwas kritisch beäugen, aufgrund der Belastung, die reinkommt. Wir müssen gucken wegen der Oberflächen, wir gucken wegen der Öffnungswinkel, wir gucken wegen der Begrenzung, die dann vielleicht mehr Last in das Türband reinbringt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Türschließerhersteller auch die Türbandhersteller hier und da mal verfluchen. Und es sind, wie gesagt, oftmals unterschiedliche Hersteller. Und die Frage ist, geht es anders? Könnte dann so beantwortet werden? Ja, es ginge anders. Wir haben auf der Bau 2017 als ein verdeckt liegendes Band präsentiert mit einer Schließfunktion. Wir nennen das Band Pivoter DXS Close. Das Band an sich ist 180 Grad zu öffnen und wir können nach wie vor alle drei Dimensionen des Türblattes gut einstellen. Und ja, man sieht, dass wir hier, wir haben das Türblatt da mal so ein bisschen geöffnet, wir haben da mit so einer Gasdruckfehler gearbeitet, die das Türband dann schließt. Wir verkaufen diese Lösung seit fünf Jahren. Sie hat sicherlich zwei Schwächen. Die eine Schwäche ist, dass diese Gasdruckfeder mega empfindlich ist. Das ist ein Zukaufteil, kommt aus der Automobilindustrie. Da sind eher andere, ich sage jetzt einfach mal Praxisanwendungen, als jetzt auf dem Bauch. Und das Zweite ist, dass wir da eine relativ geringe Einstellmöglichkeit haben, zum Beispiel der Schließgeschwindigkeit. Man konnte in geringem Maße die Vorspannung ändern, aber das war es dann auch schon. Aber dieses System ist seit fünf Jahren im Markt. Und gut, wir haben versucht, es ein bisschen weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, die stellen wir jetzt auf der kommenden Fensterbaufrontale vor. Die Variante, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, nennen wir 1.0. Die neue nennen wir kreativerweise 2.0. Die neue Variante zeigen wir hier schon mal aufgeschnitten. Sie kann immer noch 180 Grad geöffnet werden. Sie hat immer noch die dreidimensionale Justierbarkeit. Aber wir haben diese Gasdruckfeder, ersetzt durch mechanische Federn. Und die Dämpfung wird jetzt viskos erledigt. Und die Schließgeschwindigkeit können wir ganz gut über die Federvorspannung einstellen. Es baut ein bisschen größer, aber das, was wir hier an Schließmechanik dran geflanscht haben, ist jetzt auch ein Produkt, was wir bei uns fertigen. So, dass wir da auch Vorkonfigurationen besser vornehmen können, was zum Beispiel die Federkraft und so weiter betrifft. Ja, und wie gesagt, in zwei Wochen ist die, oder in anderthalb Wochen, glaube ich, ist die Fensterbaufrontale. Und da werden wir dieses Produkt neu vorstellen. Und da bin ich sehr gespannt auf das Feedback. Und um die Formel jetzt hier noch mal weiterzuführen, sagen wir dann einmal das verdeckt liegende Türband mit Türschließer plus einem verdeckt liegenden Band ist in dem Fall dann zwei. Ich gucke noch mal auf die Zeit. Ich bin schon ziemlich weit. Die Quellenhinweise, also die Türschließer-Bilder habe ich von Geze genommen von der Seite. Den Bodentürschließer von Fritz Jürgens von der Seite. Den Fallstürschließer, der war von GU. Ein paar Architekturfotos habe ich von uns genommen. Und die anderen Bilder sind auch aus unserem Fundus. Und ja, jetzt von mir aus sehr gerne Fragen und Antworten. Das wird dann ja anmoderiert. Ich blende dann jetzt einfach schon mal die letzte Seite auf mit den Kontaktmöglichkeiten. Und wenn Fragen da sind, würde ich mich sehr freuen. Ja, Herr Bartels, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Wir haben das also wirklich, wie ich finde, super interessant mal erklärt, was sich eigentlich hinter dieser Problematik verbirgt. Also wir reden nicht nur um irgendwie schließen und öffnen, sondern im Grunde über richtig komplexe Systeme an die hohe Anforderungen gestellt werden. Und ja, wo Sie im Grunde eine sehr interessante Lösung gefunden haben. Es haben uns Fragen erreicht. Ich würde jetzt einfach mal vorlesen, nämlich wie tief ist die Taschenfräsung für das DXS Close 2.0? Okay. Also ich habe schon mal irgendwann so ganz spaßeshalber gesagt, wenn ich alle Maße im Kopf habe, dann gehe ich in Rente. Ich gucke gerade mal nach. Noch ein Blick. Inklusive Band, das müssen wir auch ein bisschen mit rechnen, sind es 145 Millimeter. Das heißt, das Band an sich hat 30 und dann kommen noch 115 Millimeter dazu. Das ist interessant. Die nächste Frage ist, ab welchem Winkel schließt die Tür automatisch? Bei der Variante 1.0 war es so, dass wir bei 110 Grad angefangen haben zu schließen. Bei der Variante 2.0 ist es so, dass sie schon ab 180 Grad anfängt zu schließen. Okay, machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. In welcher Bandklasse befinden sich die neuen Bänder? Also, das ist eine tolle Frage. Auch ist es deswegen eine tolle Frage, weil ich gar nicht weiß, ist es überhaupt noch ein Band. Das ist nur etwas, was wirklich zu klären ist. Es ist die 1154 für den Türschließer, oder es ist die ERD für verdeckt liegende Bänder, oder es ist irgendetwas dazwischen. Was ich sagen kann, ist folgendes. Das zugrunde liegende Türband, was wir da nehmen, ist ein entweder DX101 oder ein DX61, allerdings mit Starrgelenk. Gehen wir jetzt auf das DX101 mit Starrgelenk. Das hat von sich aus eine Tragfähigkeit von 160 Kilogramm pro Paar. Jetzt ist es dann allerdings so, dass zum Beispiel die Version 1.0, da haben wir bei 80 Kilogramm aufgehört. Das hat aber nichts mit dem Band zu tun gehabt, sondern mit der Schließmechanik. Die hatte eben nicht genug Kraft, um so schwere Türen zu bewegen. Insofern ist die Frage nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich sage mal so, das zugrunde liegende Türband, durchaus die Bandklasse 14, in dem Endgewicht, was wir erreichen werden, und was wir dann zuverlässig dann auch schließen können, sind wir mit der neuen Lösung irgendwo bei 100 bis 120 Kilogramm. Auch natürlich wieder abhängig von den Türabmessungen. Entschuldigung. Vielen Dank. Wir haben noch einige Fragen. Und bitte um kompakte, kurze Antworten. Zulassung für FH-Türen bei dem neuen Band? Fragezeichen. Gibt es die? Gute Frage. Ich habe mich jetzt ein bisschen an eine Talkshow von Politikern erinnert gefühlt mit der kurzen und knackigen Antwort. Also, ist in Planung. Ist aber noch nicht da. Super. Nächste Frage. Wie groß ist die Schließkraft beziehungsweise für welches Türgewicht? Gut, habe ich gerade schon so ein bisschen beantwortet. Die Version 1.0 haben wir bis 80 Kilogramm freigegeben. Da musste man zwei von den Systemen verwenden. Wenn wir jetzt hergehen, wir haben mal eine Dauerfunktion gemacht mit einer 80 Kilogramm Tür und mit einem Bandsystem 2.0. Insofern gehe ich davon aus, dass wir auf 120, wenn wir zwei nehmen, ganz gut kommen werden. Okay. Halb beantwortet schon eine weitere Frage. Wird nur ein selbst schließendes Band pro normale Tür benötigt? Ja, zum Glück gibt es keine normalen Türen, weil sonst wäre unser Job ziemlich langweilig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die normale Tür ist eine Innentür und hat vielleicht 60 Kilo. Ja, dann reicht durchaus ein 2.0. Okay, jetzt kommt auch schon die vorletzte Frage. Glaube ich, haben Sie aber auch schon größtenteils beantwortet. Welche Türblattgewichte kann das neue Band bewegen? Genau. Bis 120 Kilogramm sind wir da im Moment sehr gut unterwegs. Und dann kommt die Frage, von der mich gewundert hätte, wenn sie nicht gekommen wäre. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Ja, also wir haben von den Kosten her, das ist die 1.0-Version und die 2.0-Version, die sind sehr vergleichbar. Und das hat auch seinerzeit dazu geführt, dass wir den Preis auf der Bau gewonnen haben, weil wir da, was den Türschließer betrifft, in guter Gesellschaft sind, sage ich mal. Ich denke, was man sicherlich hier auch gesehen hat, ist, wir werden bestimmt nicht alle Türschließer dieser Welt mit der Lösung ablösen können. Aber es wird sicherlich eine interessante Alternative, auch kostenmäßig. Das kann man bestimmt sagen. Auf jeden Fall schönen Dank, Herr Bartels. Man sieht anhand der Fragen und jetzt kommt sogar noch eine und ich werde auch die noch stellen, weil wir haben uns ja vorgenommen, keine Frage unbeantwortet zu lassen. Gibt es die Türschließer-Funktion demnächst auch bei Rollenbändern? Von uns aus im Moment nicht angedacht. Okay, klare Antwort. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Es gab viele Fragen. Das lässt darauf schließen, dass das ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Und ja, es hat uns sehr gefreut, dass Sie hier waren, sich beteiligt haben. Und großes Dankeschön nochmal nach Kalletal und Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Bartels. Machen Sie es gut. Danke gleichfalls. Es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche noch einen weiteren guten Verlauf. Alles Gute. Danke sehr. Alles Gute. Ciao. Ja, wenn es doch immer so einfach wäre, wie es sich liest. Der Datenfluss von der Konstruktion bis hin zur CNC-Fertigung ist oft mühsam und fehlerbehaftet. Dabei ist Durchgängigkeit an dieser Stelle ein ganz wesentlicher Erfolgsbaustein. Daniel Wacker, Leitung, Vertrieb beim Softwarehaus Direkt-CNC-Systeme, demonstriert, wie Türblätter und Zagen aus der CAM-Software NC-Hops ohne Umwege auf unterschiedlichen CNC-Bearbeitungszentren produziert werden können. Titel seines Vortrages Türen direkt machen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Wacker. Ja, hallo und auch herzlich willkommen. Ich habe heute Morgen schon gedacht, das ist eigentlich ein sehr cooles, interaktives Format. Jetzt bin ich noch mehr überrascht, wie gut die einzelnen Teilnehmer auch zusammenpassen. Wir haben ja jetzt die Planungsstolpersteine gesehen, haben jetzt später noch Werkzeughersteller, die was präsentieren, haben Beschläge, die in die Türe eingefräst werden müssen. Und das Ergebnis sollte natürlich auch montagegerecht sein. Und wir bieten die Software, mit der es geht, wenn Sie dann auch noch eine Maschine haben. Wir haben drei Punkte. Einmal zeige ich euch NC-Hops, unser CAD-CAM-Programm. Dann stelle ich das Unternehmensschwind noch vor, was wir machen, woher wir kommen. Und dann die Schnittstellen, die Integration, um Türen direkt zu machen. Um was geht es? Warum brauchen wir NC-Hops für die Türenfertigung? Sie haben vielleicht einen inhomogenen Maschinenpark. Sie haben vielleicht einen Mitarbeiter, der von Hand programmiert, von Hand die 145 Millimeter eingibt, um das Band von Basis zu fräsen. Sie haben vielleicht Handeingaben an CNC-Maschinen und verschiedene CNC-Maschinen mit unterschiedlichem Programm. Wir können alle CNC-Maschinen ansteuern. Wir sind maschinenneutral. Wir können das variabel und flexibel machen. Wir können direkt anfangen. Wir sind handwerkstauglich. Und wir können uns aber auch direkt in vorhandene betriebliche Abläufe integrieren. Und wenn das Unternehmen wächst, sind wir skalierbar. Das heißt, wir können mit dem Unternehmen mitwachsen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Ich habe hier dazu ein Video gemacht. Man gibt einfach mal eine Türe ein. Länge und Breite. Fängt jetzt hier an, ein Modell zu generieren. Und umholt sich jetzt zum Beispiel ein Werkzeug raus und fährt einmal mit dem Werkzeug, wieder mal Falzkopf, einmal außen um die Türe herum. Fügt es ein. Vorgefertigtes Makro. Schon ist die Türe formatiert. Jetzt will ich noch einen Schlosskasten machen. Ich hole mal einen Schrubbfresser raus. Mach auch ein vorgefertigtes Makro, wo wir es standardmäßig haben. Das sieht man, ist schon ein bisschen komplexer. Fügt es ein. Und so programmiert man bei uns. Kann man direkt anfangen und kann sofort eine Türe programmieren. Ich habe natürlich auch eine Vergangenheit. Ich habe klassisch Schreiner gelernt. War dann in Rosenheim, Diplom-Ingenieur. Bin dann zu Leichtküchen und habe dort IDM-Daten gepflegt. IDM-Daten sind Daten, die zu Händler rausgehen, um Küchen zu planen. Und hat mir da schon mal Gedanken gemacht, wie kann man denn einfach Maschinen ansteuern auch. Und mit den Daten, mit den externen Daten, das aufwendige Programmieren reduzieren. War dann beim Objekttürenhersteller fast zehn Jahre tätig. Angefangen vom stellvertretenden Fertigungsleiter bis zum technischen Leiter. war da verantwortlich für die Maschinenanbindung rund um die Abläufigungs-BAZ. Verkettete Anlagen, auch Scanner und Barcodes und auch Rückmeldungen an die MES-Systeme, ERP-Systeme. Genau. Und bin seit kurzem Vertriebsleiter bei Direkt-CNC-Systeme. Genau. Unser Programm haben Sie ja vorher schon mal live gesehen. Wie das jetzt zum Beispiel, wenn man da anfangen kann, eine Türe zu programmieren. Wir wollen es ja direkt machen. Das ist zeitintensiv, wenn man es von Hand, sage ich jetzt mal, macht. Unser Programm ist so aufgebaut. Wir haben auf der linken Seite auch die Möglichkeit, was zu programmieren. Sie sehen schon IF, ELSE und AND, wo man sich selber auch Variablen, die man reinnehmen kann, zurechtlegen kann und dementsprechend für CNC-Programme erzeugen kann. In der Mitte sieht man dann auch immer gleich sofort, was man denn da quasi programmiert hat und kann dann dementsprechend sich das anschauen. Ich habe vorher gesagt, wir haben ein bisschen eine Makro-Programmierung und hier ist zum Beispiel ein Schlosskasten-Makro und hier sieht man auch nachher ein Beispiel, dass man das sehr, sehr individuell auch anstellen kann. Wenn Sie draußen einen Riegel haben, der vielleicht aus Eiche ist, dann können Sie die ersten 10, 15 Millimeter ein bisschen sanfter reinfahren und dann, wenn Sie in der Spanplatte sind, in der Mittellage, können Sie dann auch schneller reinfahren. So ist das quasi aufgebaut. Das wäre jetzt quasi ein Standard-Makro von uns, wo Sie dann auch verwenden könnten, um Beschläge zu fräsen. Das Ganze wird dann, wenn Sie es fertig programmiert haben, direkt auf einen Tisch gelegt. Wir haben mit allen Maschinenbauer verschiedene Konzepte als 3D-Modelle, wo Sie dann als Drag-and-Drop quasi die Türe auf die Anlage ziehen können und Sie sehen es auch hier in dem Bereich auch rot hinterlegt, wenn es zu Kollisionen kommen sollte. Kollision mit der Spindel, Kollision mit dem Werkzeug. Ganz easy kann man das rüberziehen und ist eigentlich auch selbst erklärend, dass man die Sauger richtig platziert. Das gibt dann auch einfach dem Maschinenbediener die Sicherheit. Jeder, der weiß, der schon mal vor einer großen CNC-Maschine gestanden ist, er drückt jetzt auf den Knopf. Der tut am Anfang ein bisschen langsam. Wenn es bei uns in der Simulation passt, dann hat der Mitarbeiter auch die Sicherheit und kann sofort loslegen. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, sogenannte Szenen zu machen. Das heißt, wir können auch Bauteile drehen. Wenn Sie an einen Blockrahmen denken, an einen Seitenteil, das wie so ein Balken von mehreren Seiten bearbeitet werden muss, können wir quasi hier Stopps reinmachen und können dann nach einer zwei-, drei-, vierseitigen Bearbeitung das Teil dann noch mal drehen und können es dann zum Beispiel von unten noch mal weiter bearbeiten. Dann haben wir hier eine Abtragssimulation. Die Simulation mit der einzelnen Verfahrwege auch, die Anfahrtwege dargestellt, wo man dann einfach sehen kann, was machen die Werkzeuge. Ich habe jetzt hier noch mal eine Simulation gemacht. Wenn man da nicht von Hand programmiert, sondern sich schon mal was eingerichtet hat, dann hat man auf der linken Seite unsere Makros und die kann man dann wirklich individuell anpassen. Man hat jetzt hier zum Beispiel den Schlosskasten, wo ich vorher erwähnt hatte. Und Sie wissen ja, die Zeitfresser bei einer Türenbearbeitung sind zum Beispiel die Schlosskästen oder integriere Türschließer. Der Bartels von Basis hat es ja schon gesagt, es wird bald keine integrierten Türschließer mehr geben. Aber da sind wir natürlich sehr gut aufgestellt, um diese Bearbeitung schneller zu machen. Ich habe jetzt hier bei dem Makro einfach die Zustellung im äußeren Bereich, wo vielleicht Massivholz ist, ein bisschen reduziert und in der Mittellage die Zustellung erhöht. Dann ist das jetzt unsere Simulation, eine Abtragssimulation, wo man wirklich leicht sehen kann, was quasi gerade geschieht und der Abtrag tatsächlich dann auch verschwindet. Man kann sich das dann auch von allen sechs Seiten anschauen. Man kann schauen, wie weit der Fräser quasi durch die Türe durchreicht. Wir haben dann natürlich auch die Überfahrwege, die man individuell auch einstellen kann, dass es ausrissfrei bleibt. Und was das Thema Werkzeuge angeht, kann man natürlich auch alle Werkzeuge hier sauber einbinden und einpflegen. Hier ist jetzt eine spezielle Türe mit mit eckigen Ecken. Die sind rund durch den Fräser und es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier die Ecke jetzt zum Beispiel eckig zu machen. Und da haben wir natürlich auch spezielle Makros dafür. Und dann sieht man das hier ganz schön, wie aus einer runden Ecke eine eckige Ecke wird. Und dann wäre wahrscheinlich hier der nächste Arbeitsgang der Schlosskasten. Genau. Das sieht man dann hier jetzt wieder, dass ich eingangs gesagt habe, dass man langsam im ersten Bereich anfährt, um einfach, wenn man Massivholz hat, im Fries, in der Regel da langsam durchzufahren. Wenn man dann durch ist, kann man dann auch ein bisschen schneller fahren. Und das kann man auch optimieren. Wir können das auch materialspezifisch hinterlegen, wenn dementsprechend Daten rauskommen. Genau. Zur Simulation kann man noch sagen, dass man alle Auswertungen, was Zeiten angeht, was für Fahrwege angeht, was Einsatzzeiten von Werkzeuge pro Tür angeht, als Export auch mal anschauen kann. Und das stellen wir auch zur Verfügung. So, Führer fertig gefräst, direkt gemacht, simuliert und man kann sie quasi fertigen. Genau. Fertigen. Uns gibt es schon seit 30 Jahren. Wir sind 17 Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter im Vertrieb. Einer davon bin ich, aber auch mit der Vergangenheit in der Praxis. Bei uns kann auch jeder, wirklich jeder, eine CNC-Maschine bedienen. Wir haben hier auch eine vor Ort, wo man Aggregate einfahren können oder einfach mal neue Makros ausprobieren können. Wir haben hier ein Schulungszentrum. Wir können hier Mitarbeiter auch ausbilden und Schulern und hatten früher eine eigene CNC-Lohnfertigung und haben dementsprechend auch den Praxisbezug. Früher hat man angefangen, mit Leitrechnersystemen zu entwickeln, zum Beispiel auch für die Türenfertigung, für größere Anlagen. Und da die größeren Anlagen auch sehr kapitalintensiv sind, hat man einfach auch was, ein System gebraucht, eine Software gebraucht, die einfach auch zuverlässig war und keine Fehler gemacht hat. Genau, dann kennt ihr uns vielleicht von Messen. Wir sind auf der Lignheimer gewesen mit unserem Truck, mit oben diesem Balkon obendrauf. Wir haben hier in Alftdorf einen Inhouse-Campus mit der Maschine, die ich vorher gesagt habe. Wir tauschen die auch regelmäßig durch. Wir sind ja maschinenneutral. Wir haben jetzt letzte Woche zum Beispiel ein Bürst-Aggregat in Betrieb genommen und können da das dann wirklich auch in der Praxis erproben, wie dann die Makros aufgebaut sein müssen. Wir sind aber auch mehrfach bei größeren Maschinenbauer als Standard-Warp-Software im Einsatz. Die Tendenz geht ja auch immer mehr hin zu größeren, verketteten Anlagen mit Lageranbindung. Auch solche Projekte machen wir standardmäßig und sind gerade auch immer mehr im Kommen. Und wenn Sie dann eine mannlose Fertigung haben, brauchen Sie auch vernünftige Daten, dass Sie sich darauf verlassen können, dass die Anlage kein Crash fährt. Für die Türenfertigung und Blockrahmenfertigung oder generell auch Zargenfertigung unterstützen wir eigentlich alle Maschinenkonzepte. Ja, überlagerte Konzepte auch, wo sich das Werkzeug und das Werkstück gleichzeitig zum Beispiel bewegen oder geklemmte Werkstücke, wo dann bewegt werden. Oder haben wir auch Climax-Verbinder für Möbelindustrie. Genau. Nochmal, heute unsere Anforderungen sind einfach maschinenneutral. Ich habe es gesagt, Sie haben einen Maschinenpark, wo unterschiedliche Maschinen drin sind. Wir können für alle Maschinen ein CAD-CAM-Variantensystem installieren. Wir sind aber auch offen für Schnittstellen. Da komme ich jetzt wieder zurück, ein bisschen zum direkten Türenfertigen. Und zwar, wir lesen ein. Wir können Daten von ERP-Systemen einlesen, aus CSV-Dateien, aus Türenlisten und wir haben auch eine offene Schnittstelle. Das heißt, ein Programm kann zum Beispiel unsere Schnittstelle lesen und kann dementsprechende Dateien erzeugen, die wir dann einfach weiterverarbeiten können. Wir machen zu 80% Standardlösungen und machen aber natürlich auch in der Türenbranche von Einmann-Schreinerei, der ab und zu mal eine Türe herstellt, bis zu fast die größte Türenwerke in Europa, dann aber auch punktenspezifische Lösungen. Wir haben 14.000 Installationen weltweit. Wir sind in allen Sprachen verfügbar und Skalibar. Heutige Anforderungen sind, wissen Sie ja selber, einfach komplexere Maschinen mit Fünfachstechnik, mit automatischen Tischen, mit Mehrkanaltechnik, also mehrere Stationen hintereinander, verkettete Fertigungslinien dann und gleichzeitigen Bewegungen einfach. Wir haben Laserprojektionen von oben, die wir anbinden. Wir haben Barcodes, die wir abscannen und dann die dementsprechenden Programme aufrufen. Wir machen das ganze Paket um die CNC-Maschine rum. Wir machen auch die Werkzeugoptimierung. Das ist alles auch im Hinterkopf zu bedenken, wenn man Türen direkt machen will. Und deshalb ist auch so wichtig, dass man schaut, wie integriert man sich am besten im Unternehmen? Was gibt es da zum Beispiel schon für offene Schnittstellen? Und da haben wir eigentlich zu allen Branchen-Systemen und CAD-Systemen Schnittstellen. Wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Zum Beispiel, Sie haben irgendeine Handliste. Vielleicht haben Sie die Handliste analog. Vielleicht haben Sie es sogar schon digital als Excel-Liste. Die können wir dann einlesen als CSV-Datei, als XML-Datei und können dann über unser HOPS 7 die Maschinen mit den entsprechenden Werkzeugen, die gerüstet sind, einfach auch anbinden und die Programme automatisch machen. Und deshalb können wir da relativ flexibel agieren. Tendenz geht auch immer ein bisschen mehr hin zu 3D-Modellen. Oben rechts ist zum Beispiel ein Haus in 3D gezeichnet, wo man dann auch schon Daten importieren kann über zum Beispiel das sogenannte BTRX-Format. Das Ganze nochmal schematisch dargestellt. Wir haben hier die ganzen Schnittstellen, wo wir Daten bekommen, aber auch Daten hingeben ins ERP-System, ins ERP-System und wir geben natürlich auch auf die ganzen Maschinen die Programme dann raus und haben auch Kommunikation mit Lagersteuerung. Das ist nochmal ein kleiner Überblick über die Schnittstellen, mit denen wir partnerschaftlich auch zusammenarbeiten. Vielleicht kennt der ein oder andere eine Schnittstelle. So, wie sieht es bei uns auch, wenn man ein Projekt macht in der Türenbranche? Wir lassen uns im Regelfall Daten geben. Sie haben es vorher gesehen, wir können Türen auch direkt machen, aber wir lassen uns die Daten erst mal geben. Wir geben Ihnen eine Checkliste, wie Ihre Maschine aussieht. Sie kreuzen das an, schreiben es rein. Wir sichten dann Ihre Daten und machen Ihnen dann einfach mal einen Lösungsvorschlag. Wir präsentieren das entweder online oder direkt vor Ort. Und da sind wir erstmal in Vorleistung für Sie gegangen. Und wenn Sie dann sagen, das ist so in Ordnung, dann können wir Ihnen ein Angebot erstellen. Meistens kommt es dann zum Auftrag, wir schulen dann noch und machen dann eine eBay. Wie sieht so eine Online-Demo aus? Sie haben uns Daten geschickt und mit denen wollen wir jetzt direkt eine Türe machen. Ich starte mal das Video. Das kann eine Türenliste sein oder irgendeine Textdatei, wo Sie einfach Länge, Breite und die Bandbezugslinien und so Zeug drin haben. Die lesen wir ein und es ist fertig. Das Programm ist eigentlich da. Jetzt geht es los. Eine Architektin meldet sich. Sie will noch einen ETS drin haben. Wir können auch nochmal in den ganzen Ablauf von Hand eingreifen. Der Maschinenbediener kann zum Beispiel eingreifen, wenn zum Beispiel irgendwelche Stuhlbleche zu dünn oder zu dick sind, dass das wirklich auch haupt schön glatt ist. Diese Möglichkeit haben Sie einfach auch bei uns immer noch, dass man manuell nochmal eingreifen kann. Jetzt zum Beispiel ruft die Architektin an. Sie will nochmal mittendrin einen Messingstreifen haben. Kein Problem. Wir machen einfach eine Nut rein. Wir klicken das hier zusammen. Auch Macbook gesteuert. Relativ einfach auch zu sehen, wie man das quasi zusammenklickt. Und es ist da. Nachträglich ergänzt. Und wir gehen in die Simulation rein und schauen es uns dann dort an, wie das aussieht. Die Nut. Dann tun wir links drehen vorstechen. Wir machen die Fels hier rein, die Bodendichtung, fahren einmal außen rum. gibt es natürlich auch verschiedene Strategien. Wir können zuerst die Beschlagstechnik machen und dann formaten oder andersrum. Das ist schon Kunde zu Kunde unterschiedlich. Man sieht auch hier nochmal ganz, ganz deutlich, wie viel Millimeter oder Überstand quasi der Fräser dann hat. Man kann oben da eine Taschtglocke reinmachen, die dann quasi die Phase oben hin macht. Und dann kommen wir zu den Bearbeitungen, die Zeit fressen. Da kann man natürlich auch mit unserem Makros relativ schnell dann auch die Bearbeitungszeit reduzieren. Man kann jetzt auch hier muss das immer noch Fräser fräsen, sondern man kann auch mal einen Hobelkopf nehmen, zum Beispiel um den Kleberaum rauszumachen. Genau. Dann machen wir noch die Bänder rein. Links und rechts drehen. Wir können auch Werkzeugwechsel optimieren. Ja, dann ist es natürlich, wenn Sie Variablen haben, die Sie uns übergeben, Daten, ist es relativ einfach, da auch noch was zu optimieren. Auch hier wieder kann man unterschiedlich Frästrategien verfolgen. Zuerst Stulb oder zuerst Schlosskasten. Und jetzt sehen wir gleich auch nochmal eine Kollision. Das habe ich jetzt einfach hier bewusst nochmal reingemacht, wie das dann aussieht, wenn zum Beispiel der Fräser zu kurz ist. zeigt er uns das hier rot an. Dann weiß der Maschine, wie du das und kann dementsprechend entweder ein anderes Werkzeug rüchten oder muss es nochmal kontrollieren. So, wenn wir ein Projekt haben mit einer speziellen Türenmaschine, bieten wir auch Workshops an. Wie sieht so ein Workshop aus? Man nimmt diese ganzen Werkzeuge, weil da steckt ja schon was dahinter. So ein automatischer Ablauf zur Integration, dass man eine Tür direkt machen kann. Da müssen Frästrategien geklärt werden. Man sieht das hier links einfach, wie, was für mathematische Bewegungen das auch sind und die müssen einfach festgelegt werden. Man muss festlegen, was habt ihr für Tische, wie wollen wir die ansteuern und dann bieten wir einen Workshop an, wo man das besprechen kann, wie das alles ablaufen soll. Wir sind natürlich auch noch in andere Einsatzbereiche tätig, nicht nur bei den Türen, auch bei den Fenstern, Fassaden, Fertikhausbau, Betonschalungsbau, Küche, Yacht und so weiter. Genau. Wo geht die Reise hin? Die Reise geht hin, ich habe es vorher gesagt, dass immer mehr in 3D auch gezeichnet wird. Ich zeige euch jetzt mal noch kurz Import, wie man direkt aus dem 3D quasi, sehen Sie ja, das sind die 3D-Teile, eine Hop-Datei erzeugt. Man liest das hier ein, man kann sich das hier nochmal anschauen und dann drücken wir, sage ich jetzt einfach mal aufs Knöpflein und automatisch entsteht dann eine Hop-Datei, wie wir sie vorher gesehen haben und die kann man dann dementsprechend weiter bearbeiten. auch aufwendig, das ist jetzt über das BTLX-Format und Sie sehen dann die Werkzeuge, die Teile werden generiert. Ich habe das jetzt auch einfach mal ungekürzt gemacht, dass Sie einfach auch mal ein Gespür dafür entwickeln, wie schnell das dann auch laufen kann. Hier auch wieder diverse Aggregate im Einsatz mit Spänneleitbleche, verschiedene Zügeln, verschiedene Frästrategien auch hier bei uns abbildbar. Einmal die Sarge jetzt hier, der Blockrahmen und im Weiteren kann man dann auch zum Beispiel ein Türblatt einlesen. Da hat wir dann im 3D mehrere Baugruppen, sage ich jetzt mal. Da muss man ein bisschen schauen, dass man das dementsprechend auch konstruiert mit den Taschen und dann ist das eigentlich ein Automatismus und man kann die Tür dann wirklich direkt machen, man übergibt das und die CNC-Programme sind dann automatisch da und können dann von dem Spanner auch von der Festplatte abgerufen werden und die Maschine kann dann quasi handelös arbeiten. Genau, hier auch ein Winkelaggregat, verschiedene Strategien. Er macht jetzt hier zum Beispiel zuerst die Beschlagstechnik raus und fährt dann nachher nochmal genau mit dem Falzkopf und dem Späneleitblech einmal außenrum und macht dann die Überstände weg. Genau. So, ich werde jetzt durch. Ich weiß, dass es in der kurzen Zeit nicht möglich ist, alle uns Tools zu zeigen, aber wenn Interesse bestellt, gerne Zeit, jederzeit melden und dann machen wir gemeinsam Türen direkt. Wir sind auch noch auf der Holz Handwerk. Können uns gerne besuchen. Vielen herzlichen Dank, Herr Wacker, für den, wie ich finde, sehr interessanten Vortrag. Es ist schon immer wieder beeindruckend zu sehen, wie man heutzutage Prozesse wirklich durchgängig und damit ja auch relativ fehlerfrei abbilden kann, ohne irgendwie Abstriche in Sachen Gestaltung zu machen und ich glaube, das ist auch eine der Stärken Ihres Unternehmens, dass Sie unabhängig vom Design, unabhängig von der Maschinentechnik da eben die ganz einfache Durchgängigkeit ermöglichen. Ich sage großes Dankeschön. Es gibt keine speziellen Fragen mehr zu Ihrem Vortrag. Deswegen würde ich sagen, machen Sie es gut, einen schönen Tag noch und herzlichen Dank an Sie nochmal für den Vortrag.